Die heutige Folge wird präsentiert von HelloFresh. HelloFresh bin ich schon seit Längerem sehr, sehr gerne gekannt. Wir haben sie vor zweieinhalb Jahren oder so zum ersten Mal als Partner gehabt. Dort habe ich sie entdeckt und seitdem immer wieder mit grosser Freude. Vor allem, wenn ich weiss, ich würde gerne kochen, aber ich werde ein bisschen wenig Zeit haben, um mir überlegen, was kochen und vor allem auch einkaufen. Weil gerade wenn man irgendwie frisch will kochen, ich wohne allein, ich habe einen kleinen Kühlschrank, ich kann mir jetzt nicht irgendwie eine Woche im Voraus frische Produkte dort rein tun und dann erwarten, wenn ich endlich mal einen Oben frei habe, diese dann zu kochen. Und bei mir ist der Oben frei meistens am Sonntag, dann wird es nochmal schwieriger mit einkaufen. HelloFresh erledigt das für einen. Man kann jede Woche von über 30 neuen Rezepten aussuchen. Kann man Vorlieben angeben, zum Beispiel Fleisch und Gemüse oder Fisch und Gemüse. Gebt aber auch Veggie, vegan, familienfreundlich, unter 650 Kalorien oder möglichst schnell, alles Mögliche, kann man sich persönlich zusammenstellen auf Anzahl Personen, wie viele Mahlzeiten pro Woche und danach wird einem das alles einfach nach Hause geliefert. Nämlich mit Rezept und mit allen Zutaten, die man braucht. Und zwar genau so viel, wie man auch braucht. Weil das ist etwas, wo ich sonst auch immer wieder mal Probleme habe. Dann will ich mal etwas Spezielles kochen, muss für das irgendetwas Spezielles kaufen. Und von diesem habe ich dann zu viel und danach bleibt das liegen. Und wenn es etwas Frisches ist, dann muss man es wegschmeissen. Das heisst, es ist auch noch sehr, sehr hilfreich gegen Food Waste. Also, wenn ihr stressfrei und fein wollt kochen, dann probiert HelloFresh aus. Und dank dieser Partnerschaft mit HelloFresh könnt ihr von bis zu 40% Rabatt auf die ersten Kochboxen profitieren. Und zwar mit dem Code FEELGUT. Alles am Stück. Wir machen natürlich auch noch Links in die Shownotes, wo ihr direkt draufklicken könnt. Das ist für alle Menschen in der Schweiz und Liechtenstein. Gibt auch für Österreich und Deutschland Rabatt. Mehr Infos und Links zum Einlösen von den Codes findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Und ganz wichtig, der Code FEELGUT ist für neue und auch ehemalige Kunden gültig. Also, jetzt profitieren wir von bis zu 40% Rabatt bei HelloFresh. Und jetzt viel Spass mit der heutigen Folge. Die Aufnahme läuft. Die Aufnahme läuft. Aufnahmenmodus. Hast du dich auch zu kalt angezogen heute? Ach, das ist ja gut. Ich habe nicht kalt angezogen. Ja, aber ich glaube für den Morgen, für den Nachmittag nicht. Okay. Aber es ist schon so, wenn der, ich weiss so, der Herbsthund, wenn ich am Morgen in kurzen Sachen rauslaufe und ich so, oh. Bist du, ach gut, du fährst kein ÖV, aber bei mir ist es so, ich habe eh nie Zeit, um nochmal nach Hause etwas zu holen. Das reicht niemals. Ach nein, das habe ich auch nicht ohne ÖV. Aha, ja. Na gut. Also ich hätte nach Hause gehen und den Pulli holen, aber dann wäre ich zu spät gekommen. Und dann wäre es so, nein, jetzt früher schon wie ein Erwachsener. Schön, schön. Dafür bin ich zu spät gekommen. Ja, aber du kannst nichts dafür. Ja, das ist immer die Frage, gell? Also ich habe trotz plus 10 Minuten einberechnet, bin ich zu spät gekommen. Das heisst, der Fehler ist wahrscheinlich immer noch bei mir, weil ich hätte lieber plus 20 oder 25 einberechnen müssen. Aber ich habe das Gefühl, wenn du in der Schweiz sagst, wenn du in der Schweiz zu spät kommst und du erwähnst Gubrist drin, dann ist dir alles verziehen. Das ist so. Das ist so. Ach, Gubrist, ja, der Gubrist. Ey, und er ist wirklich, er ist fucking insane gesehen heute. Aber der Gubrist, der ist schon, jetzt sind ja zwei Tunnel, oder? Jetzt ist doch einer ganz neu. Ja, aber nur auf die eine Richtung. Ich mache es jetzt der andere auch neu. Anscheinend. Es ist auf eine ewige Baustelle. Jetzt sind ja noch Stau, wenn es... Also jetzt bin ich von Basel gekommen, Richtung Zürich, sind es einfach eineinhalb Spuren. Aber auf die andere Seite hat es auch immer Stau. Das stimmt. Ich habe manchmal das Gefühl, der Tunnel ist nicht offen, der neu. Der ist aber manchmal wirklich nicht offen. Eben. Wenn wir fahren, wir gehen zum Beispiel oft auf Frauenfeld, zu der Familie von meiner Frau, und wenn wir zurückfahren, dann ist manchmal der Tunnel einfach zu. Dann fahren wir durch den Alten und so. Aber ich merke es nie bewusst, ich denke manchmal, das ist jetzt der neue Tunnel. Und dann denke ich mir jetzt so, Hä? Ich merke es immer. Ich finde es mega schlimm, wenn das ist für mich schlimm. Also ich fahre noch nicht, ich darf mit dem L jetzt fahren auf der Autobahn. Ich bin quasi prüfungsreif. Ja. Und einfach im Tunnel fahren. Also im Gubrist halt jetzt vor allem. Mir fällt kein anderer ein. Und beide Spuren, also du fährst nur auf einer Spur oder auf der anderen. Ja. Ich hasse das. Ich bin so angeschön. Ich habe verdammt Angst im Fall. Also wenn beide in die Gleichrichtung fahren, oder? Nein, nein, wenn es gegen den Verkehr ist. Ja. Wenn es dann neu zu machen, weil es dann warten muss. Ja, ja, ja. Weil es so ein neuer Tunnel wartet. So unnötig. Wenn er dann neu gemacht, wenn er alle drei Wochen warten muss. Und dann fährst du durch und du fährst wirklich so 80 im Tunnel und dir kommen jetzt nur mit 80 andere Autos und Lastwagen. Ich finde das super schlimm. Weisst du, was das Schlimmste ist in diesem Punkt? Was? Als ich das erste Mal in Gotthard gefahren bin. Stimmt, der Gotthard ist auch so. Weil der Gotthard ist einfach ewig lang. Ja. Du bist einfach auf einer Spur und du siehst alle fünf Sekunden den Tod an dir vorbeifahren. Ja, das ist crazy. Immer so. Das ist echt crazy. Und du denkst immer so, mach einfach nie nach links mit dem Steuerrad. Ja, ich habe nicht nur... Leute sagen immer, sie haben Angst vor den anderen Fahrern. Aber ich habe Angst vor mir. Ja. Dass ich halt... So ein Ding ist zu weit und dann boom. Genau. Ich schaue auch immer auf die Linien an. Gotthard hat es ja... Gotthard hat wenigstens eine recht fette, dass sobald ein bisschen draufkommt, du machst... Dass du weisst, okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen überziehen. Und es hat ja die Dinger anboden, die viele, also 50 oder 150. Ich halte mich so exakt an diesem Fall. Was das auch geht, weil ich mich auch... Abstand halte, weil ich mich auch gut empfahle. Mein Fahrlehrer hat mir gesagt, je später, weil ich habe sie spät gemacht, Fahrbriefung mit 27. Und er hat gesagt, je später die Leute Fahrbriefung machen, desto... Also überhaupt Fahrstunden nehmen, desto vorsichtiger sind sie im Verkehr. Oh, dann warte ich aber noch ein bisschen mal. Aber nein, das zeigt ja schon. Du haltest schon Abstand, all das Zeugs. Und ich meine, die meisten Unfälle sind ja auch immer irgendwie 18 bis 25. Ich glaube, mit Abstand. Es macht aber schon Sinn. Das ist so die jubelige Hilder. Ja, natürlich Selbstüberschätzung, auch Risikofreudung, und so weiter und so fort. Hast du einen guten Fahrlehrer gehabt? Mega. Ich habe nicht so einen guten Fahrlehrer. Einen? Wirklich? Ich weiss gar nicht, ob ich das sage. Vielleicht losst er das. Wissen wir, er ist nicht mein Fahrlehrer. Ja. Bei Fahrlehrer war ein Schwurbler. Ah, grossartig. Und das ist so ein bisschen, also nein, er ist nicht so voll der Schwurbler gewesen. Aber ich habe zum Beispiel auch nicht gesagt, aber ich habe zum Beispiel auch nicht gesagt, dass ich beim SRF arbeite. Ja. Und wenn ich gefragt habe, was ich arbeite, habe ich gesagt, einfach KV. Weil ich wie Angst habe, so die Türe aufzutun. Und sonst sage ich das immer, weil es ist mega gut, es ist für euch das Thema, aber die Leute sind voll interessiert an dem. Aber du machst Comedy, du machst SRF. Aber er ist so, wir sind so am Fahren gewesen und sind wir kurz angehalten, und haben so einparkieren geübt und das ist wirklich so eine halbe Stunde into der Fahrstunde, so mein erstes Erlebnis mit ihm. Und er schaut in den Himmel und sagt, oh ja, jetzt ist es noch sonnig, oder? Und ich so, ja, aber am Nachmittag, am Nachmittag ist dann alles weg, dann können sie dann wieder auch das Zeug saufenspritzen. Und ich als, weißt du, kennst du das? Du denkst, du machst einen Witz. Ja, du realisierst es gerade, du hörst es, wieso, dein Hirn verstaut das irgendwie so, weil du willst es nicht wahrnehmen. Und dann sind immer mehr so hinzukommen. Und dann hat man an irgendeinem Punkt immer über die Impfung geredet und ich so, fuck. Und was machst du denn? Kannst du auch nicht diskutieren, du bist dein Fahrlehrer. Und ich habe einfach wirklich so, ich habe einfach den Idiot gespielt und habe mitgemacht. Voll, dann bist du halt auch, ja, dann bist du für die Dreiviertelstunde und bist auch ein Schwurber. Ja, die Impfung, ja, ich habe sie sicher nicht. Ja, du hast ein Pflasterton, du nimmst weg. Jetzt habe ich ihn nicht mehr. Jetzt bin ich auf der Suche. Falls jemand einen guten Fahrlehrer kennt, gebe es Bescheid. Ich kann den nur zu Basel empfehlen. Das macht mir voll kass. Macht irgendwie nicht so Sinn, nein. Aber ein Kollege von mir hat einen gehabt, der ist großartig gesehen, so richtig, so ein oldschool Dude, äh, wo, weißt du, die 80er ist sie Jahrzehnt gewesen. Ja. Und er sieht darum auch noch aus, als wäre aus der 80er. Er lebt immer noch. Kennst du die Leute? Ja, ja. So geil. Und, und dann hat er ihm, wirklich, hat er voll ernst gesagt, komm, Vaterli, jetzt habe ich, was hat er gesagt, jetzt habe ich zum Coiffeur wollen, habe ich ihm gesagt, weißt du, ich mache, da, habe ich mir ein Bild gezeigt, von Bon Jovi, habe ich gesagt, da, ich will, ich will die Frisur, oder, jetzt hat er mir alles verschnitten, das scheisst mich dann an. So, das ist irgendwie der Start gewesen. Und dann fahre sie, und dann fahre sie, und dann fahre sie nach einer Halbstund Zeit, so, jetzt gehst du da rechts, jetzt gehst du gerade aus, jetzt nochmal rechts. Und dann fahre sie in einem Coiffeursaal vorbei, und dann lasse die Fenster ab, und schreit aus, ein Grüße von Bon Jovi. Weil er so hessig gesehen ist. Aber es scheinen sich einfach, das ist mir so. Er hat sie persönlich im Vendetta, jetzt mit dem Coiffeur. Aber ich verstehe es, Mann. Ja, aber ich finde das geil, weil ich habe dann gemerkt, Fahrlehrer, die können dir ja, wenn du einfach musst fahren, welchen Wegen auch immer, können sie ja völlig für sich nutzen. Ah, absolut. Ich mache das doch auch. Das machen sie doch sehr. Ich gehe nochmal rechts, jetzt hier geradeaus, da ist das Mikroparking. Jetzt machen wir schnell 10 Minuten Pause. Ja. Kann er noch eingehaufen. Ja, er raucht schnell eins. Ich komme mir gerade wieder. Und dann holt er irgendwie etwas ab, was er Frikado bestellt hat. Weißt du so? Bei meinem Fahrlehr hat im Auto die ganze Zeit, die ganze Zeit Zeugs geblinkt. Und einmal ist auch die Meldung gekommen, das Treibstoff, also das Tank. Und ich habe, ich werde einfach immer sagen, ich soll sie ignorieren. Und das sollte ich nicht in der Fahrstunde lernen, was die Signale bedeuten. Weißt du so? Ich gehe ja mit dem Auto nach der Prüfung. Also weißt du, ich kann ja nicht mit dem Experten drin sein und dann blinken sechs Lampen und dann sagen, das wollen sie ignorieren. Genau. Hä? Jetzt bin ich ja voll auf der Suche nach meiner, also nicht voll auf der Suche, aber ich sehe immer wieder so Fahrschulen mit so Teslas und so. Ja. Und ich will das unbedingt. Ich weiss nicht, darf man das zuvor gucken. Machst du noch geschalten nie oder machst du automatisch? Nein, nein, Automat. Wirklich? Ja, ja. Du darfst schon eh fahren, du darfst auch geschalten fahren. Ich kann schalten. Stimmt, mittlerweile. Ich kann schalten. Ich habe eine Fahrstunde nicht geschaltet. Ich könnte es. Aber ich finde, sorry, das tut mir nicht an. Gibt es noch einen Autos? Hast du noch einen geschalteten oder einen Automaten? Seit ein paar Monaten nicht mehr. Vorher hast du geschalten. Ach, krass. Ja. Nein, ich glaube. Mein Go-Kart. Nein, ich habe nicht. Es ist schon krass, wenn man so schalten kann. So ein Fahrgefühl, aber... Nein, es ist natürlich viel komfortabler, wenn du nicht mehr schalten. Ich bin so kein Auto-Fan. Bist du so ein Auto-Freak? Nein, ich bin überhaupt... Löst das ein bisschen dir aus, so ein Auto? Es kann schon etwas auslösen. Ich bin halt zum Beispiel riesen Formel 1-Fan. Ah, okay. Ich bin vor allem ein Rennsport-Freak. Ja, easy. Also jetzt auf der Strasse gibt mir selten ein Auto etwas. Ich finde Oldtimer zum Teil noch geil. Die sehen einfach cool aus. Eben. Aber... Bei mir ist es... Und ich bin halt so Fan von so, weißt du, die 70s, 60s. Kennst du noch, du hast ja auch, du gamest immer noch. Hast du Driver gespielt? Ja. Also. Und halt einfach so... So Wägen, die in Driver sind, So ein alter Mustang und solche Zeugs. Das... Das löst etwas in mir aus. Das checke ich. Aber ich bin genau das Gegenteil. Wenn ich ins Auto einsteige und es hat so einen riesen Bildschirm und Head-Up-Display und so. So die neue Mercedes sind ja so über die ganze Front. Boah, mir geht einer. Ich bin so, wow. Ich bin einmal mit so einem Head-Up-Display gefahren. Boah, nein. Ich bin genau da. Ich bin so reinkommen und mein Handy so reinstellen auf so eine Lade-Dingse. Nicht einstecken, noch anstellen und das es dann per Bluetooth automatisch verbindet und dann ist so die ganze Carplay oder Google Drive oder so. Das ist alles, das ist mein. Du bist eigentlich ein Raumschef und Frieden. Ich glaube, wenn ich in eine Garage gehe, dann kannst du die Autos zusammenstellen und wenn ich das online mache, dann bin ich immer auf dem übertriebenen Maximal. Wenn ich ein guter Verkäufer wäre und ich würde dort in die Garage gehen, der würde mich komplett auseinandernehmen. Ich würde jedes Zusatzpaket, jedes kleine Ding, weil ich so zügig das mit dem herrschwinde. Mein erstes Auto, das ich bis vor ein paar Monaten hatte, das ist ursprünglich das Sponsoring-Deal gewesen. Und die haben gesagt, du kannst einfach zusammenstellen, wie du willst. Und ich so, okay. Und dann bist du so ein Go-Kart gesehen, so eine kleine Opel. Dann bist du mal mitgefahren, ich glaube. Ich glaube es im Fall. Und der hat irgendwie, ich glaube, ursprünglich hat der, glaube ich, 17'000 oder so hat der neu gekostet. Und dann habe ich mal angefangen zu konfigurieren und dann ist es wirklich auf das Doppelten gewesen. Aber es geht so schnell. Noch mal ein Auto in der Konfiguration. Es geht so schnell. Und dann sitze ich so dort mit dem Chef und der sagt dann so, ah genau, dann ist es nicht gegangen, dann ist es zuerst irgendwie die falsche Farbe gesehen. Und dann so, nein, das hat es gar nicht übernommen. Jetzt müssen wir es halt nochmal manuell. Also, ich schreibe es schnell offen. Und dann habe ich gesagt, schau, eigentlich ist es mir wurscht. Ich will einfach den Subwoofer hinten. und das Rädchen, dass es schön ausseht, weil es gibt ja die ganz Alten, die einfach so klack, klack, klack. Ja, oder halt so ein richtiges Rädchen. Und dann habe ich gesagt, das ist es eigentlich. Und dann habe ich gesagt, okay, haben wir, haben wir. Und dann sagt er, aber was? Ich sehe jetzt da, Langradheizung, hast du nicht angemacht. Und ich so, nein, das ist doch Bullshit. Und dann so, nein, nein, das brauchst du. Mach ich auch noch drin. Sicher? Und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, das klingt so blöd. Das brauchst du überhaupt nicht, aber es ist schon geil. Ja, logisch brauchst du es nicht. Logisch brauchst du es nicht. Aber es ist halt schon geil. Definitiv. Das ist auch bei mir, ich so zügigliebe. Hauptsache, extras, extras, extras. Ja. Ja, man kann mittlerweile, kannst du sogar eine Kaffeemaschine to go. Kannst du konfigurieren. Jetzt im Ernst? Ja. Also es war im Auto? Ja. Eine Kaffeemaschine? Und es ist ganz absurd, weil es ist wirklich einfach zu einer to go Kaffeemaschine, wo du dann in der blöde, wo früher der Ziggy zu sehen ist, steckst du irgendwie da rein und es ist einfach zu einer Rohre. Was? Und dann machst du oben eine Espressokapsel hinein und dann drückst du drauf und dann spritzt es dir einen Kaffee raus. Kannst du das mal suchen, Christian? Oh mein Gott, irgendwie Kaffeemaschine im Auto. Irgendwie so. Ach, das ist mal urkrass. Und dort habe ich dann so gefunden, nein. Ja gut, aber das kannst du auch also vor allem wenn du so ein Auto gesponsert hast, das kannst du auch nicht so gut reden. Krass. Und zwar, hier Presso, ich nehme an, es ist das hier. Also das ist eine Version davon. Schau mal. Oh mein Gott, das ist ja voll geil. Und das hast du eh eigentlich schon. Ja. Wahrscheinlich mittlerweile auch Akku und dann kann man es halt einfach noch mit so Kaffee zubehören. Hast du mich auch im Fall? Du hast alles im Fall, alles was so. Schau dir an, jetzt im Cabriolet. Fahrt ab jetzt rum, ladet es auf. Jetzt geht er natürlich. Ah, diese Züge hast du mich im Fall. Jetzt geht er natürlich wandern mit den Turnschuhen. Ah, schau dir, das ist er gerade noch mit Kaffee-Pulver. Oh, aber das ist aber ein guter Kaffee. Das ist Next Level. Richtig der Barista. Ja, ja. Also kannst du dir vorstellen, oder? Ah, mit solchen Züge hast du mich. Bei mir kannst du auf Insta, kannst du immer bei meiner Follower-Liste schauen, jedes Mal, wenn ich eine Insta-Werbung bekomme, von irgendeinem Produkt oder so Rucksäcke, es gibt so Rucksäcke, wo du, wo so mega viele so geile Fächer haben, die so speziell sind. Und ich liebe Rucksäcke, ich bin süchtig nach Rucksäcke. Ich habe 100 Rucksäcke. Und es gibt so einen, den kannst du so rein tun und dann kannst du mit so einem Teil die Luft rausnehmen. Du kannst so die Kleider so zusammenpressen. Ah, ja, ja, ja. Dann hast du noch mehr Platz und so. Und sobald ich irgend so eine Werbung, wenn ich das jetzt gesehen würde auf der Insta-Werbung, ich würde direkt der Seite folgen. Wirklich? Folgst du dir? Direkt, weil in meinem Kopf ist es so, irgendwann stelle ich das. Und zum Glück mache ich es nicht so oft. Ich liebe so Scheisse. Ich folge, glaube, irgendwie acht Seiten, die Portemonnaies machen. Die so ein bisschen speziell sind, weißt du? So Zeugs. Kennst du, ähm, fuck, wie hat das geheissen? Die Seite, wo du hast eine Idee nachher, Kickstarter. Ja. Wo du so, du hast eine Idee und dann machst du das Konzept und du es drauf und Leute können wie es kaufen, aber das Produkt existiert noch nicht. Wenn du genug Geld hast, dann wird es produziert. Was ich dort an Geld ausgehauen früher. Alter, und wie viele Produkte ich bestellt habe, die nachher nie auf den Markt gekommen sind. Dann bekommst du irgendwie zwei Jahre später einfach das Geld zurück. So eine Handyhülle, die eine Drohne drin hat. Was? Ja, so eine iPhonehülle oder Samsung oder für alle Handys und dann kannst du eine Drohne rausnehmen und die kannst du dann fliegen und so Bilder von dir machen und so und das ist aber nie nie realisiert worden. Ich habe einmal auf Kickstarter auch eine Handyhülle, wo sie behauptet haben, es ist die unzerstörbarste an aller Zeiten. Wo sie sie wirklich so, weißt du, wie sie gezeigt haben, so aus dem 17. Stock und nachher fährt irgendwie noch Bulldozer drüber. Also weißt du, nicht am Still. Das ist auch nie zustande gekommen, aber ich habe meine Kopfhörer von dort. Welche? Nura heissen die. Ah, die kenne ich. Ah, ist das Kick? Geil. Ursprünglich, ja, das ist halt so eine Ossi-Firma und mittlerweile haben sie, ich weiss nicht, wie viele Investitionsrunden gemacht und es läuft, aber ursprünglich ist das auch ein Kickstarter. Die kenne ich, die sind, die sind, das sind die Fette und jetzt habe ich noch klein. Innere, ja. Richtig geil. Ich habe zwei, zwei, ich habe, es gibt so die Powerbanks fürs iPhone, die so magnetisch hinten sind, von Apple. Ich habe ganz, ganz vor langer Zeit mal auf Kickstarter eins gehauen. Das ist wie so eine Powerbank und es hat so Noppen dran und das Kabelchen unten. Ja, ja, ja. Das können mit Noppen hinten aufs Handy kläben und einstecken. Das ist auch von Kickstarter. Also Apple hat das, das ist wahrscheinlich nicht von denen irgendwann übernommen. Nein, ich habe mal als Werbegeschenk das gekriegt. Das ist voll geil. Von McDonalds. Das war super nice. Ja, aber die sind einfach mega abgegangen und haben dann nachher das so als Werbegeschenk und so. Das fand ich voll gut gefunden. Ja. Und was leider nie realisiert worden ist und was ich immer noch irgendwann würde ich das irgendeinem Metallbauer sagen, dass der mir das bauen soll. Auf Kickstarter hat es, es ist so ein Metallblättchen gewesen. Hat es so ein bisschen ausgesehen wie wie Schmuck und mit Magnet. Das heißt zum Beispiel deine Jacke, dein Hemd oder dein Pulli drinnen kann, wie halt so ein Mikro oder so einfach mit einem Magnet. Und das war so ein rundes Metallblättchen, was so wie so zwei Einbuchtungen gehabt hat. Und in diese Einbuchtungen haben perfekt Airpods reingepasst. Jetzt musst du überlegen, das klingt mega dumm, weil Airpods haben ja das Case. Aber weißt du, wie oft bin ich in der Situation, dass ich Airpods drin habe und dann muss ich irgendetwas machen, wo ich einen rausnehmen muss und dann stehe ich mit einem in der Hand rum. Und der Gedanke, dass ich das machen kann, nur einfach so drauf tun, ich bin, es sind glaube ich, neun Leute haben dort allerdings laut. Und das ist glaube ich so ein Produkt, das für neun Menschen auf dieser Welt passend gewesen wäre. Und das ist leider nie realisiert worden, weil sie das Geld nicht zusammenbekommen. Aber irgendwann lasse ich mir das basteln. Das ist auch mal eine gute Idee. Ich verstände die Faszination von so Sachen, verstände ich sehr gut. Das wäre jetzt auch so ein Fashion-Piece gewesen. Natürlich. Also ich muss mich mit dem Däumen ein bisschen zurückhalten. Ein bisschen lieb. Aber dann weiss ich auch, wenn ich mal einen labilen Menschen brauche, um irgendein Produkt anzureihen. Safe, ich bin da. Alles was du brauchst, ist eine geile Werbung, wirklich eine coole Werbung. Du kennst die Kickstarter-Werbungen, die sind immer gleich. Ja. Die sind immer so irgendeine coole, ein bisschen langweilte Stimme, erzählt etwas auf so eine halb lustige Art und du stellst dann Situationen an, wo das Produkt vorkommt. Das ist das Gegenteil von diesen schweizer innovativen Firmen, wo immer der Chef, die Chefin und was weiss ich, immer selber vor den Kameramänen und so eine 15 Sekunden auf Instagram machen. Du hast das Gefühl, du hast die passenden Hosen schon gefunden. Nein, das ist das. Ich lösche. Dein Gefühl tüscht dich. Und dann kommt ein viel zu krasser Video-Effekt und dann hat irgendjemand eine Hose anzusegen. Mit unseren Hosen, wo wir Bio und was weiss ich, dann bin ich einfach schon raus. Egal wie geil die Hose sind. Vergiss es. Die letzte Rucksack-Werbung, die ich sah, die hat irgendwie angefangen, irgendein Dude war zuerst auf dem Skateboard und dann ist einer vom Velos abgestiegen und dann kommt so eine Stimme und so you don't need another backpack und ich so stimmt man, ich brauche wirklich keinen anderen Rucksack. You only need this backpack. Fuck. Meine Lieblings sind so, die siehst du am Bahnhof, wenn ich mal ÖV fahre, sind die, die einen Rucksack haben, den sie dann da vorne, oben und unten nochmal zumachen. Ja. Du weisst, die sind jetzt zum Spass da. Aber die meinen ist ernst. Aber das sind auch so Wandermenschen. Ja, ja, aber sie sind ganz normal angelegt. Aber so ein Wanderrucksack ist schon, ich war kein Wanderrucksack-Mensch bis ich mal einen kann und wenn du mal so einen Wanderit machst. Mit dem direkten Schlauch und all das Zeug. Ja, und mit dem Netz hinten dran, damit es nicht direkt an deinem Rücken ist. Ja, ja, ja. Mit dem mal so einem richtigen Hasch, dann ist du so, boah, es macht schon Sinn, Geld für das Hausgeben. Ich bin, ich bin das grösste von deinen Feelgut. Nein, aber nein, eben nicht. Wenn eigentlich das Ding ist, ich sehe das, wie Handys zum Beispiel. Ja. Ich liebe Handys, ich liebe Kopfhörer, ich liebe all das Zeug so und ich könnte von mir seitens alle zwei Monate einen neuen Laptop kaufen. Aber es ist immer so ein kurzer Rush. Ja. Ich weiss, ich habe mich jetzt zum ersten Mal im Leben geschafft, länger kein neues Handy. Ich hätte jetzt glaube irgendwie seit fast vier Jahren das gleiche Handy. Wenn ich es eigentlich von 12 auskomme. Ich glaube vier Jahre, ja. Das gleiche Handy. Ja. Ich habe einfach von mir gedacht, es funktioniert. Ich gebe es nicht weg, solange es funktioniert. Jetzt ist wirklich so, der Akku ist auf 50%. Jetzt ladest du, dann ist er auf 78%. Ja, ja. Dann nimmst du raus, dann ist er auf 36%. Es kommt auch schon die Meldung, hey, Batterie, Wartung und so. Aber dann könntest du ja einfach die Batterie setzen für 100 Stunden. Das Problem ist, weil mein Backplate ist auch kaputt, hat Sprünge drin und so. Es funktioniert alles noch, aber wenn ich jetzt die Batterie wäre, wäre irgendwie 80 Stunden um zu wechseln. Aber sie können nicht die Batterie wechseln, wenn es ein Backplate kaputt ist, weil sie können es kaputt nicht dran tun. Also müsste ich das dann auch wieder zahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, nein, nach fast vier Jahren... Der Unterschied von 600 Stunden, der... Ja, nach fast vier Jahren gehe ich mir eins und dann gehe ich in den Store und dann ist so, ah, das iPhone 15, cool. Und dann, weißt du, dann muss man damit... Und ich weiss, dass es kommt, weil ich versuche, es ignorieren, aber so ein Mitarbeiter muss dann halt sagen, wenn sie nicht warten, 16, ich komme jetzt dann. Und ich so, ja, bro, ja, jetzt warte ich. Jetzt... Jetzt schreibe ich, jetzt können verkaufen und jetzt warte ich, bis das neue iPhone und so. Und dann hole ich es mir. Man sagt bei iPhones, was sagt man? Die, äh... Doch, die Geraden sollst du immer nehmen. Ja, die... Aber gibt es ja... Aha, die Geraden, stimmt, ja. Also das wäre jetzt 60... Genau. Die Ungeraden sind ja immer etwas Revolutionäres. Ah, was? Nein. Doch, wo sie aber noch nicht richtig fertig denken. Ah, nein, aber ich wollte es revolutionären. Nein, tut es mir jetzt noch mal ein Jahr geworden. Und die Geraden sind dann auf der die Verbesserung vom Revolutionären. Aha, okay, aber dann hätte ich jetzt reingetragen, es ist die Verbesserung vom Revolutionären. Aber wenn ich noch mal ein Jahr warten würde, hätte es revolutionären. Ah, verdammt. Ja, weil was ich jetzt glaube, jetzt ist nur AI wirklich neu, beim nächsten. Ja. Und eben, dort ist es auch schon so, das funktioniert dann wahrscheinlich nicht. Ja, aber ganz ehrlich, ich würde das auch... Würdest du das brauchen? Nein, ich habe ja jetzt sogar das Gegendreck gemacht. Achtung, ich zeige es dir. Kannst du in der Schweiz ja nicht brauchen. Willst du mal sehen, wie mein Menü mittlerweile aussieht? Oh. Ich habe das gerade gestern gemacht und ich bin recht stolz und ich zeige es jetzt mal. Läge mal. Oh nein, hast du so ein Ding gemacht? Das sind alle meine Apps. Das komplette... Das ist, wenn du alles rausnimmst, oder? Krass, warum? Hey, einfach weil... Ich bin recht ein Suchtmensch und ich bin einfach anfällig mit meinem verstreuten Hirn. Ja, fair. Ich bin einfach anfällig darauf, dass wenn ich jetzt irgendwie diesen Podcast auf YouTube will laden, kannst du sicher sein, dass ich zuerst dreiviertelstunden noch Videos geschaut habe, wo es mir irgendwie anzeigt. Also weißt du so, klar, probiere ich es mittlerweile zu vermeiden und mache mir auch wirklich einen Plan, dass das nicht passiert. Aber ich habe immer romantisiert, wieder irgendein Nokia 33-33-Zerz Haar. Aber das Problem bei dem ist, dass du halt effektiv nicht mehr mit dem Rest von der Gesellschaft kommunizieren kannst. Weisst du, was ich meine? Gut, du kannst rein... Also ich weiss, die Idee ist mir die ganze Zeit im Kopf, seit ich habe meinen Lieblings... Also den Podcast von Tommy Schmidt und Felix Sorge. Und seitdem Tommy Schmidt hat gesagt, er hat sich so ein Nokia, so ein Drogendeater-Handy geholt, für wenn er draussen ist. Also wenn er einfach beruflich erreichbar sein muss, telefonisch und von seinen Friends und so, aber nicht möchte ganz Social Media dann hat er einfach das und er hat einfach den Leuten gesagt, hey, schreibt mir SMS, schreibt mir kein WhatsApp und jetzt wenn er rausgeht, das fände ich irgendwie noch cool. Ja, was ich dort aber schon gemerkt habe, der Devil ist ja auch so ein, der Devil hat ja so einen alten Klotz. Oder? Und was ich dann merke, ich will nicht anderen Aufwand betreiben. okay. Weisst du, was ich meine? Ja. So, weil, es wäre auch einfach zu sagen, aus jeder WhatsApp-Gruppe, wo ich reinkomme, bin ich sofort wieder draussen. Fickt euch. Weisst du so. Ja, das ist eben das Problem. Und meine Lösung, die ich jetzt habe, ist, ich habe eine Geschäftsnummer und das ist die, die alle haben und dort sind auch alle WhatsApp-Chats und das ist ja die, die auf meiner Webseite ist. Weisst du so? Okay. Und dann habe ich effektiv das Private Phone und das Private Phone ist jetzt halt einfach fertig. Okay. So. Und das heisst, ich habe alle Vorzüge von meinem Smartphone, ja, aber, aber ich habe, wie nennt man es, die Haptik, die Haptik von einem alten Dummerkopf. Okay, das ist immer gut. Weil, also es ist ja auch crazy, nachher kommen wir wirklich zu deinem Feelguts, aber, es ist ja auch crazy, wie die Apps in sich, und zwar jede, also weisst du, nicht nur Social Media Apps, weil ich angefangen habe zu joggen, habe ich natürlich gefunden, ich will irgendwie eine haben, die trackt, wie viel ich renne. Du kannst auch auf so einer App irgendwie eine Stunde verbringen, weil du hast irgendwie Endless Feeds, auch dort, mit irgendwelchen News und Tipps, die dich eigentlich gar nicht interessieren, aber es sieht schön aus, du hast so viele Statistiken, und immer wenn du da etwas drückst, schaltet es wieder etwas Neues frei. Aber das ist schon das Ziel, das ist schon das Ziel, das Ziel von einer App ist schon, dass du auch für mögliche Schlachthof bist. Es sind ja, ich glaube, einfach so viele Nutzer wie möglich, ist gut, und ich glaube, wie viele Leute nutzen, Leute nutzen es, und wie viele nutzen es täglich und lang. Genau. Das ist das. Ja, das ist schon crazy. Weil das merke ich auch bei so etwas Dummem, wie Candy Crush. Ah, da habe ich gut, aber Candy Crush, das ist ja Koks. Aber du kannst Videos schauen, von wie Candy Crush früher gesehen ist. Und Candy Crush früher ist einfach ein Puzzle-Spiel gesehen. Ah, der Candy Crush hat das Spiel durchgespielt, die sind komplett im Suchtmodus. Und jetzt ist es wirklich einfach so, du kriegst für 30 Minuten kriegst das Power-Up und das, und du musst eigentlich in den nächsten 30 Minuten musst du alle die Levels schaffen, damit der Blobli-Blob dir irgendwie noch ein paar Münze gibt und so. Und es nimmt dir alles weg. Und ich habe über den Videos gesehen, von einem, wo das alles so erklärt, und auch so, wie man das dann macht, dass das so ein bisschen dümmer ist, das Telefon. Und der hat dann zum Beispiel auch, was hat er verglichen? Ich glaube, irgendjemand hat es zumindest geschrieben, Snapchat. Snapchat ist früher noch einfach gesehen, Inbox, das ist es, glaube ich. Ja. Oder? Und jetzt hast du auch irgendwelche Feeds und ich bin schon lange nicht mehr aufs Snapchat. Feeds und Stories und paid content und, ja, das ist crazy. So, also eben, und wenn das alles dann noch zusammenkommt, du switchst einfach von einer App in die andere. Notifications habe ich schon lange abgestellt für eigentlich alles, außer halt Benachrichter. Das hat mir mega viel gebracht. Seit einem Jahr habe ich eigentlich Notification, ich habe Dings drin, Timer, wo man dann die Apps schliesst. Ich kann es auch umgehen, aber meistens fühle ich mich schon. Mir reicht es, nur, dass er mir sagt, Alter, du bist jetzt gerade so und so viele Stunden da gewesen, eigentlich solltest du jetzt aufhören. Notifications habe ich bei allem rausgenommen, ausser bei Nachrichten. Genau. Ich tue, bei WhatsApp aber auch, weil wenn ich auf WhatsApp reingehe, dann sehe ich zu viele Chats und dann gehe ich bei WhatsApp und mich stresst es halt mega, wenn es so ein rotes Pünktchen bei einer App ist. Und bei WhatsApp weiss ich, wenn es irgendetwas mega Wichtiges wäre, würden die Leute mir anrufen. Und bei Nachrichten habe ich es ihnen gelassen, weil Nachrichten ist die einzige, also ich schreibe, meiner Frau schreibe auf Nachrichten. Ja. Mit allen anderen schreibe ich auf WhatsApp, mit ihr schreibe ich Nachrichten. Das ist lustig, die Anik und ich haben auch einen anderen Messaging Service und für den habe ich auch einen anderen Ton und dann weiss ich einfach sofort, was sie ist. Und das habe ich und den Rest habe ich alles, alles ausgeschaltet und das haben wir schon ohrenviel gebracht. Mega. Ich weiss, ich bin früher so viel auf TikTok gewesen. Die haben glaube ich das TikTok vor zwei, drei Wochen das letzte Mal geöffnet. Und weisst du, was ich gemerkt habe? Das ist auch etwas Super Dummes, aber zum besser einschlafen habe ich das irgendwann angefangen. Es gibt eine Funktion Farbfilter und dort kannst du halt alle möglichen Farben, damit es dann nur noch die Farbe eigentlich dir anzeigt. Und Rot ist die, die für das Hirn am besten ist, dass du besser einschlafen kannst. Und was ich dann gemerkt habe, wenn ich das irgendwie ab dem Zähn in den Oben habe ich das auf Rot dann kann es noch sein, dass ich vor ein paar Tagen mit mir Milang geschrieben und dann tust du irgendwie noch ein bisschen Bullshitten. Aber du merkst, für alles andere gibt es dir auch nicht mehr den Reiz. Das heisst eben, du kannst gar nicht auf die Idee, auf eine Social Media Plattform zu gehen, weil es ist dann alles rot. Ja. Und irgendwie, also weisst du, das ist schon mal interessant. Ich habe dann gemerkt, dass das für mich noch einen Zusatzeffekt hat. Das einfach so, ich nutze es dann gar nicht mehr anders, sondern dann ist es wirklich noch, also wenn ich gerade etwas Wichtiges, oder auch nicht wichtig, nicht auf dem Bullshitten. Und für alles andere ist es dann so, es ist gar kein Appeal mehr. Genau, das ist schon mal ein guter. Ich habe gemerkt, das ist noch ein Zusatzeffekt, den es mir einfach so gegeben hat. Ich finde halt auch, wegen der Benachrichtigungen, wenn die ausgeschaltet sind, ist es einfacher, das Handy einfach irgendwo lassen. Voll. Jetzt, weil ich weiss, es tönt nicht, lasse ich es im Zimmer. Ja, ja. Und dann vergesse ich es auch. Und früher, wenn du es halt gehört hast, oder nur schon das vibrieren, kannst du es halt nicht vergessen. Jetzt, wenn ich keine Nachricht bekomme, es liegt im Zimmer, ich vergesse es vier, fünf Stunden. Genau. Und weisst du, was richtig schlimm ist, ähm, andere, also klar, wenn es vibriert, ist es ein Teil, aber natürlich, wenn sie ihren Ton noch anhaben, weisst du selber bist eigentlich safe, du weisst, ich habe mein Handy irgendwie, vielleicht habe ich es sogar in einem anderen Zimmer, aber es macht irgendwie, bing, 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 das zum Beispiel im Zug, oder so, da wird ich wahnsinnig. Und dann tippe sie immer noch und immer, weil es ja noch das Notification-Geräusch ist, sind die ersten drei Buchstaben, wo sie tippen, Lüter, dann ist es immer so, tak, 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 ding, tak, 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 ding, tak, 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 ja, ja. Und, äh, und alle Geisten sind natürlich immer den Blitz haben. Wenn, wenn sie mich, das verstehe ich nicht. Das ist das Armegeiste. Das siehst du doch gar nicht. Das siehst, ich verstehe, das, das ist, das verstehe ich, das verstehe ich nicht. Das finde ich, das, aber das ist auch eine ganz spezielle Gruppe, Mensch, Mann. Sorry, die gehen dir Fahrstunden. Ja, ja, ich schon. Oh Gott. Ah, die Dinger strahlen zu fest. Also, äh, nach einer halben Stunde schaffen wir es. Erst zu viel gut. Erst zu viel gut. Ähm, das passt jetzt gar nicht in das, worüber wir gesprochen haben, aber Fussball. Oh, okay. Sehr, sehr spannend. Das hat, glaube ich, noch niemand gehabt bis jetzt. Ah, wirklich? Ja. Bei mir, als du mir das gesagt hast, wegen Fussball, ist mir das Erste, es ist dir gefallen, Fussball, weil ich Fussball immer schon sehr gerne gehabt. Ich habe schon sehr gerne geschaut, vor allem so Nationalfussball. Und ich bin halt so Fan von, von, ja, wenn du jetzt sagst, von wem du das Fan bist, ist es immer so, nur weil sie gewinnen. Ich bin Real Madrid-Fan. Wirklich? Real Madrid, du kannst einfach niemandem sagen, dass du Real Madrid-Fan bist, weil alle sie nicht mehr, nur weil sie die besten Spieler haben. Ja, es ist halt auch geil, dass sie die besten Spieler hat. Ja. Und, bei mir ist es halt gewesen, als Kind, ist es uns schon so, WM, EM, ist es für uns mega krass gewesen. Und so 1998 ist Kroatien dritten worden. Das weiss ich noch. Also die schönste Erinnerung aus meiner Kindheit. Ich habe sogar so 1998 und 2008 tätowiert mit dem Spruch Neopisivo, das heisst, unbeschreiblich. Ja. Und, keine Ahnung, Fussball, Fussball lässt mich so Zeugs vergessen. Und, die EM, die WM in Katar, ist zwar so geil, die Kroatien ist dritten worden, aber, die EM ist so, es ist halt einfach nicht der Fussball gewesen, weil es einfach so gewesen ist, hey, schau, die Stimmung ist nicht geil, es ist im Winter und so, es ist nicht so, das ist nicht mein Fussball. Voll, weil die Euro hat ja jetzt so hart bewiesen, wie es anders gewesen ist. und du bist einfach so, in einem Land, wo Fussball, und es geht mir einfach gar nicht so darum, dass bei denen wegen der Religion oder wegen des Gesetzes und so strenger ist, sondern einfach, Deutschland ist ein Land, wo Fussball versteht, wo eine Fussballkultur hat, Europa hat eine Fussballkultur und du merkst einfach, wenn ein Land, wo es versteht, wie man so ein Turnier organisiert, was wichtig ist, es ist einfach so ein schöner Sommer gewesen. Kroatien war eine Katastrophe. Wir sind wirklich, wir sind abartig schlecht gewesen. und ich kann es kass, aber echt der ganze Fussball drumherum ist so schön gewesen. Es hat mir wieder so ein schönes Gefühl gegeben und es hat so ein bisschen das Feuer für den Fussball wieder empfacht. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, dass ich wieder ein bisschen mehr Real Madrid-Spiele schaue, weißt du, dann kauft Real Madrid, kauft Mbappé, und beim ersten Match das Goal und so. Und es ist einfach so, es ist so eine schöne, kleine, heile Welt, wo Multimillionären ein kleines Ball rumgeschautet habe. Ja, ja, ja. Aber es ist einfach, ich habe das Gefühl, du kannst, du kannst, du kannst so eine Publikum machen, wo die Schweiz gegen Ungarn spielt und da sind einfach so 5000 Leute, die nie irgendwie etwas zusammen am Hut hätten, die einfach auf den Bildschirm schauen und einfach so die Energie checken. Also weißt du, ohne dass du etwas erklären musst, verstehst du, was da gerade passiert und die Energie ist mega leicht überträgbar auf alle. Ich finde es ja viel leichter als bei Konzerten oder bei sonst etwas, weil es einfach so ist so, hey, wir schauen einfach gerade auf den Fussball zusammen und ich finde, es funktioniert überall. Vor allem, wenn es irgendwie, es ist noch oft gesehen, wenn irgendwie die ersten paar Match, sage ich jetzt mal, oder eben schon nur ein Eröffnungsspiel, wenn einfach irgendwie dort irgendwie gute Vibes sind, dann dann überträgt sich das über den ganzen Monat, wo die Meisterschaft ist. Mega, mega. Und es ist einfach so ein simples Spiel, aber du kannst es trotzdem so überanalysieren. Also weißt du, es ist so, eigentlich ist, du kannst Fussball, kannst du mit ganz simplen Augen schauen, mit, oh, mach doch den Ball rein, aber du kannst es auch voll überanalysieren und das Stellungsspiel von der Verteidigung und Karnik und Umschaltspiel und du kannst es so voll, also du kannst es so für jeden, du kannst wirklich den Fussball-Expert schlechthin sein und dich komplett auskennen oder du kannst einfach das Tippspiel, ganz ehrlich, das Tippspiel jedem Büro, du hast Leute, die das leben, die jedes Spiel schauen, die jede Statistik kennen und dann hast du Sandra aus der HR, die noch nie Fussball geschaut hat, die einfach auch, ja, Marokko gewinnt 2-1 und es ist einfach aber das ist bei uns, bei Energy hat es immer so Tippspiele gegeben, die ich noch dort geschafft habe und es ist immer so gesehen, es ist wirklich immer irgendjemand gesehen, der noch nie Fussball geschaut hat, weil eben die Hochexperten, weil es ja immer Überraschungen gibt, die tippen keine Überraschungen, die tippen, also weißt, die tippen natürlich, keine Ahnung, Frankreich, Frankreich, Georgi, tippen sie 4-1, jetzt kann es aber sein, dass Georgi einen massiven Tag hat und irgendwie Frankreich keine Ahnung macht und dann gibt es irgendwie 0-0, oder? Das ist das, das ist das, und dann sage ich, Fussball ist wirklich so, Fussball ist für jeden, Fussball kannst du einfach, eben du kannst der Profi sein, du kannst ihn komplett auskennen oder du kannst einfach ein kompletter Laien sein, aber am Ende vom Tag ist einfach der runde Ball muss ins Eckige Gute fertig und ich liebe es, ich finde es so, so, ich fühle mich einfach wohl, so einfach so 90 Minuten einfach mal zu schauen. Also, bist du der Richtige, weil ich erzähle das nur den Menschen, die es wirklich interessiert, sage ich jetzt mal, ich bin Schweiz-Schottland in Köln gelogen. Nice! Warte mal, ist es nicht der? Hast du Philipp gesehen? Oder ist er Schweiz-Dietland gelogen? Ich habe ihn nicht gesehen, ich weiss auch nicht, was er ist. Was ist noch in Köln? Was hat er noch in Köln gespielt? Ähm... Nein, das ist nicht die Schweiz-Schottland, wo er ein Goal gesehen hat, ich glaube, ein anderer Match, aber voll geil! Schweizer-Deutschland war ja schon... Du hast das riesige Goal, Schokiri, ja? Ja, und zwar genau, auf unserer Höhe. Nice! Auf unserer Höhe. Wie geil ist es gewesen? Also, das Erlaubnis? Ja. Aberartig geil. Klar. Ein, ein von der, nicht wegen dem Inhalt vom Spiel, aber ein von den schönsten Matchen, die ich jemals gesehen bin. Und zwar einfach wirklich, wirklich wegen all dem, was du jetzt vorher gesagt hast. Ähm... Also, wir sind per Zufall, sind wir in schottischen Fernmarsch reingelaufen. Was einfach schon... Das ist ein Erlebnis. ...mein Herz erwärmt hat, bis zum Gehtnichtmehr. Ähm... Und es ist so hart zu sehen, wie einfach so, ähm... Zum Beispiel aus einem Fenster haben irgendwie so zwei Kinder rausgeschaut, mit irgendwie der Mutter, oder? Oh Mann! Ah, man geht so ins Herz. Aber wirklich, ich habe fast Tränen gekriegt und einfach alle die Schotten laufen dort vorbei und alle winken denen und die winken zurück mit dem grössten Smile, den du jemals gesehen hast. Ach, das ist schön. Dann hat es Spieltöber Dudelsack. Also, wir haben sich auch den richtigen Match erwünscht für so etwas, oder? Und dann hat im Stadion siehst du vor dem Abpfiff siehst irgendwie einen in voller Schweizer Montur und einen in voller Schottland Montur und sie halten sich so im Arm äh... Und es wird einfach gesungen und gemacht und auch. Das ist schön, Mann. Und was eben noch geil war, ist, dass Schottland hat können mitspielen an diesem Tag, weil das hat, es hat viel mehr Schotten gehabt im Stadion. Und auch wenn ich natürlich für die Schweiz gesehen bin, hat das so eine massive Energie gegeben, glaube ich. Dass mit der Zeit wirklich, weißt du, jeden Zweikampf haben die, haben die gefeiert wie einen, aber wirklich wie ein Goal in der 93. Oder? Und, und mir ist vorhin schon gesagt worden, das Stadion in Köln, das ist wirklich so ein Kessel. Also, einfach, das wird so laut. Und, mir gibt es dann nicht, bis dann kriege ich einfach fucking Gänsehaut. Ich glaube, Mann. Und, und ja, das ist meine erste Meisterschaft, also, eh, krass, schön. Match gesehen, weil ich gesagt, einmal in meinem Leben wurde das irgendwie gesehen. Ich würde unbedingt an die WM in Amerika. Ich weiss, ich weiss, die Stimmung in den USA wird vielleicht schwierig, aber ich glaube, wenn man die Fans rüberbringt. Das ist ja dann auch ein geiler Trip, oder? Ja, das Problem ist einfach, ich glaube, Fussballfans checken die USA noch nicht ganz. Ich weiss, ich glaube, wir Europäer sind uns mega gewöhnt, die Stadien sind so zentral und so voll so. Auch unsere Stadien sind praktisch im Innen, in der Innenstadt. Gut, dass ich das jetzt in Köln auch nicht gesehen habe. Aber guck, die USA ist ja schlimm, also die Faschheit teilweise wirklich 40 Minuten raus und so. Aber ja, mal schaue, ich hoffe, das klappt. Ich liebe, ich liebe Fussball. Ich hätte jetzt noch irgendwas sagen, aber das war's. Ah, so ist das viel gut für mich. Du kannst mitreden, egal wie viel Ahnung du hast. Wir waren an einer Homeparty, an einer Einweihungsparty und es war eine Gruppe Jungs, die ich nicht gekannt habe. Und die haben gerade irgendwie über die Serie AA geredet und über den Ricardo Califiore, von Bologna zu Basel. Basel hat nochmals gut Geld gemacht mit ihm. Weil die haben da mit Bologna Züge gemacht, wenn sie ihn weiterkäfen, geht es so und so viel Prozent an Basel. Das ist immer so. Und der ist zu Arsenal und die haben darüber diskutiert und ich hatte kein Wort mit denen, ich hatte denen nur Heug gesagt. Und ich konnte direkt ins Gespräch reinsteigen. Und ich konnte direkt reingehen und so, Alter, du kannst die Serie A annehmen mit der Premier League vergleichen. Und ohne, dass irgendjemand so, hä, wieso redest du jetzt mit? Ich konnte voll ab und diskutieren und einfach diskutieren. Und durfte ich auf dem High-Fair gedacht, aber wir haben einfach random eine Freundschaft geschlossen, weil wir einfach so über das auch reden haben, weil es einfach so mega einfach ist, mit uns zu verbinden. Ja, darum Fussball top. Allwenns, ich weiss, Fussball hat auch seine Probleme. Und, und, also so, so Turniere haben immer, es gibt halt immer wieder Dublen, was, 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 was ein bisschen falsch macht. Also, Turniere, was, was ich, was ich nervig finde, was ich scheisse finde. Und ich finde so, ähm, aber einfach das, am Ende vom Tag, wenn jeder, wenn du dich fragst, wo irgendein EM-Spiegel geschaut ist, ist, es ist immer so, hey, wir haben es voll gut mit anderen Fans. Und dann ist es so, siehst du eigentlich, du führst schon, ich bin, ich bin das Kroatien-Spiel in Zagreb geschaut, gegen die Türkei, wo es um die Quali gegangen ist. Ja. Und, das sind ja so zwei Fangruppen, wo so, beide teilweise recht extrem sind. Und, es ist eigentlich wie klar, dass die Türkei rausgekehrt. Ja. Und wir haben den ganzen Tag und die ganze Nacht durchgeführt mit den türkischen Fans. Kein Wort miteinander reden, aber einfach durchgeführt und so nice gewesen, Mann. Wir haben einfach gefunden, komm, scheisse, du flog mal einfach guten Fussball und fertig. Das war echt nice gewesen. Ja, es hat, es hat etwas mega Verbindendes. Voll. Wie wahrscheinlich bei allen Bereichen der Gesellschaft gibt es immer einen Teil, äh, manchmal ist er ein bisschen grösser, äh, aber oft ist er deutlich kleiner. Bist du, bist du Basel-Fan? Ja, logisch. Also ist das dein Klub? Ja, logisch. Was heißt du, Shack Attack Pack? Ja, das ist geil. Also, aber ich, ganz ehrlich, ich liebe den Schockier. Wirklich. Meinst du, meinst du, wird er etwas reissen? Oh, ja. Oder ist es zu spät? Ich glaube schon. Ich glaube schon, weil er hat richtig Bock. Ja, das glaube ich. Aber das finde ich schon geil von ihm. Also, das merke ich schon. Ja. Okay, nice. Der hat richtig Bock. Also, nein, ich habe sehr Freude. Sehr Freude. Yeah. Fussball. Fussball? Feelgood 2? Feelgood 2, wo, äh, ich mache, ich gehe jetzt nicht vorab, aber ich bleibe, ich bleibe interessant. Was, was? Ich habe gedacht, ich liese jetzt vorab, aber ich mache es jetzt ein bisschen spicy und liese einfach das Unterste. Äh, Läser am Fluss. Mmh. Sehr spezifisch. Äh, ja. Am Echtfluss? Äh, an der Rüse in Melligen. Jawohl. Ich, ich, ich wohne in Melligen und wir haben die Rüse dort. Und wenn du so durch ein bisschen ein Waldweg li laufst, kommst du an einen mega, wir sagen, Strand. Äh, es ist einfach Sand. Es ist, 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 immer eigentlich mit dem, mit dem, ähm, wenn du in den Böteln gehst, steigst du mit dem Bötli aus. Ja. Gerade dort. Aber das andere, es hat sich vom anderen hat es ja wahrscheinlich kein Foto. Weil es, weil es recht versteckt ist. Äh, aber es klingt recht ähnlich aus wie dort auf dem einen Bild, wo Wanderung Melligen steht. Und es ist so ein bisschen Sand und es ist mega herzig und es sind so ein bisschen Bäume, aber du kannst auch voll in der Sonne sitzen. Wir nehmen eigentlich immer unsere Campingstuhe, und tun sie ins Wasser. Und jetzt, wo ich halt Sendepause hatte, habe ich es mega oft allein gemacht mit dem Hund. Und dann tue ich eigentlich meinen Stuhl ins Wasser, habe die Füsse im Wasser. Sitze in der Sonne, tue ich lesen, und meine Hündin, also Tesla, sind so einen orangigen Basketball, wo sie über alles liebt. Ja. Man kauft ihr immer wieder dengleichen, wenn er kaputt geht. Und sie hat den einfach im Maul und läuft im Wasser umeinander. Das ist so ihr Ding. Die macht das 3-4 Stunden. Sie liebt das. Sie will nicht, dass du den Ball rührst. Ja. So, sie will einfach mit dem Ball im Maul umeinanderlaufen. Und dann läuft sie dort und ich bin am Lesen und chillt in der Sonne. Und wenn es warm ist, gehst du noch ins Wasser, zieht der Hund ein bisschen ins Wasser, und dann schwimmen sie raus. Und einfach einfach das Sitzen und so die Strömung von dem Wasser, weisst du, das leichte Planschen, es tut so gut. Ich habe, glaube ich, fast seit dem Juli bis jetzt, glaube ich, zehn Bücher gelesen. Wirklich? Einfach wieder eine Stunde lang dort sitzen und einfach lesen. Und du lest sie eigentlich nur dort? Ja, ich habe dann schon angefangen, auch so ein bisschen im Zug zu lesen und ein bisschen zu Hause, auch wirklich so intensiv lesen, nur dort. Und das ist so, so entspannend. Wirkliches Handy im Rucksack. Irgendein Spassgetränk dabei. Es ist so... Was ist die Definition von einem Spassgetränk? Ja, vielleicht mal ein Bier oder ein Mathe oder ein Red. Polier nachdem, was ich gerade lustig habe. Okay, okay. Aber es ist so... Ich verstehe, ich weiss nicht, ich habe einiges Gefühl, ich hatte, zum Entspannen brauchst du so ein krasses Resort und so, weisst du? Nein, es reicht einfach auf einen Campingstuhl und so ein Bach, Alter. Es ist wirklich... Es ist so schön. Ja, ich meine, Ich bin jetzt gerade... Nur schon, wenn ich daran denke, ich bin gerade so... Ich habe gerade so ein bisschen in den Stuhl hineingeslegt. Ich bin gerade so entspannt, im Fall. Das ist so gut. Das ist mega geil. Das ist in dem Fall die Happy Place. Mega. Man redet ja mal vom Happy Place, wo man sich dann muss vor Gedanken, vor Augen führen, damit man entspannt. Du musst bedenken, bei Menschen ich habe immer Kopfhörer drin. Ich bin allem. Ich kann zu Hause nicht kochen, ohne Kopfhörer drin. Ah, wirklich? Ich habe so oft Kopfhörer. An diesem Ort, ich nehme sie nicht mal mit. Ja. Es ist so... Nein, ich brauche kein Kopfhörer. Ich wollte einfach das hören. Und ich lese auch keine gescheite Bücher. Ich lese irgendwelche so... Action-Romanen. Also weisst du... Es ist nichts so mega herausforderndes, was ich lese. Es ist wie so... Also es ist keine so... Literatur. Es ist einfach so... So ein billiger Roman. Aber es tut so gut. Es tut so... Was ist ein Action-Roman? Äh, ich weiss nicht, kennst du Lee Child, den Autor? Nein. Zu einer Bücherei, die heisst Jack Reacher. Ah, ich kenne nur... Warte jetzt. Jetzt muss ich aber überlegen. Äh, Jack Reacher, ist das der... John Krasinski? Nein, das ist Jack Ryan. Eben. Jack Reacher ist... Ein von der Hemsworth. Nein. Nein. Der Tom Cruise. Was? Ja, ich glaube, wenn Jack Reacher Movie hier ist, dann kommt der Tom Cruise. Ja, dann bin ich komplett... Ey, es ist einfach so, der Dude ist so... Militärpolizist gewesen und mega krass und mega gross und mega stark und mega schlau und er landet immer in irgendwelchen Situationen, wo er am Schluss der Held sein muss. Und es ist mega... Also die Bücher sind mega spannend. Es sind wirklich so ein bisschen Plotwist sind, es ist mega spannend und es macht auch Spass zum Lesen. Ja. Aber es ist so... Ja, du weisst, am Schluss dann haut er den Bösen auf den Kopf und die Welt ist gerettet. Aber es ist teilweise schon so... schon so... so ein bisschen... Oh mein Gott, jetzt ist es irgendwie gestorben-mässig und so. Es ist einfach schon ein bisschen brutal. Das ist lustig, weil ich... Also ich glaube, ich habe noch nie einen Action-Roman gelesen. Also es ist glaube ich einen Thriller, ich nenne es Action-Roman. Ja, ja. Also es ist... Es ist einfach so ein bisschen rumgeballert und... Eben, weil das ist so das, wo ich so denke, für das bräuchte ich eigentlich das Medium Film, oder? Hey, nein, es funktioniert auch gut. Funktioniert es gut? Das Problem ist, der erste... Ein Dropkick ins Gesicht. Es ist gut beschrieben. Das Problem ist, der erste... Die erste Verfilmung von dem Buch spielt der Tom Cruise, der Typ. Ja. Und das macht keinen Sinn, weil in dem Buch ist der Typ verdammt gross und verdammt breit und verdammt stark. Das ist das Gegenteil von Tom Cruise. Tom Cruise ist einfach wirklich das Gegenteil. Kannst du mal Jack Ritch im Movie? Jetzt gibt es eine Serie. Jetzt gibt es eine Serie und der Schauspieler, der sie dort haben, heisst, glaube ich, Alan Rickman und der passt uhrgut. Was ist der? Alan Rickman? Alan Rickman heisst er, glaube ich. Nein, jetzt kann ich nicht sehen. Doch, der Typ da. Auf dem ersten Bild. Aber der heisst nicht Alan Rickman. Der heisst doch Alan Rickman. Nein, der Alan Rickman ist... Weisst du nicht Alan Rickman? ...wennst du zu Snape gesehen? Nein, der hat nicht Alan... Hat er Alan Rickman heisst? Oh, jetzt... Okay, stimmt. Alan Rickman wäre ein uhrschlecht. Wie heisst er? Jack Ritcher Serie. Ähm... Ah, wie heisst er? Doch, ich mache Alan Rickman. Die Serie ist mega gut. Ich habe beide Staffeln. Was heisst er? Okay, der sieht auf jeden Fall schon mal aus, wenn er... Ja, der passt. Okay, weiter runter. Ah, Alan... Alan Richson. Sorry. Richson. Der, der passt uhrgut erzählt. Und jetzt lese ich das Buch mit ihm im Kopf. Okay, der ist ja ein rechter Kastner. Und der macht mega Sinn. Also der passt wirklich auf die Beschreibung vom Buch. Oh mein Gott. Und jetzt habe ich ihn im Kopf. Das ist so einer, von dem würde mich auflüpfen lassen. Ja, aber der würde dich auch easy auflüpfen. Ja. Aber er ist ein guter Schauspieler. Und die Serie ist auch mega gut. Also ich kann jetzt Jack Ritcher Filme sehen, ich lese Jack Ritcher Bücher und ich schaue Jack Ritcher Serien. Also ich bin komplett in dieser Welt. Und es sind eben, es sind glaube ich irgendwie 29 Bücher. Ah, wirklich? Und es kommen neue raus und ich bin glaube ich bei Buch 9 oder so. Okay. Das heisst, das ist hauptsächlich das. Es ist Jack Ritcher? Ich nehme mir vor, ich lese immer ein Jack Ritcher Buch und dann ein anderes und dann wieder ein Jack Ritcher Buch. Okay, was ist eins von den anderen? Hey, auch voll genau den gleichen Scheiss, aber von anderen anderen. Born Legacy. Es ist immer das Gleiche. Dann James Bond? Es ist einfach immer dann ein Jack Ryan. Irgend so ein super schlauer Krimineller hat gerade ein Leichen irgendwie mega komisch dort gelassen und niemand kann den Fall klären und den Psychopath finden, ausser Punkt, Punkt, Punkt. Und der kommt Punkt, Punkt, Punkt und löst es auf eigene Fauste. Er ist aber noch nie in Pensionierung und kommt dann zurück für den. Ja, es ist immer das Gleiche. Aber ich lief's. Ich bin simpel. Nur noch ein Job. Dann bin ich raus. Warte, nein. Stimmt nicht. Ich habe noch ein Buch gelesen. Sagt dir Sebastian Vizek etwas? Sagt mal etwas, aber nicht viel. Er ist ein mega berühmter Thriller-Autor. Ja. Er hat immer nur Thriller geschrieben und er hat zum ersten Mal eine Komödie geschrieben. Oh. Elternabend heisst. Und ich habe es genommen, weil es einfach, weil es einfach cool ausgesehen hat. Ja. Und es einfach so, ja komm, weisst du, Vizek macht eine Komödie, was und so. Und wenn es Cover siehst, das Cover ist wirklich so, wenn es siehst, das ist, das ist ein Buch, das du kaufen willst. Und das habe ich auch gelesen gehabt und wow, ist das gut. Das ist immer gut. Wow, ist das gut. Ja. Wow, das ist richtig gut. Also, kein Witz, ich habe einfach die Tränen vergossen mit dem Buch. Von Lachen? Nein. Oh. Es ist einfach mega lustig, aber es hat so einen Punkt, wo es, wo es um, 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 Depressionen und Suizid und so geht. Und ich hätte es nie erwartet, dass der Typ das so gut, also weisst du, weil es so ein Bruch ist aus dem lustigen Buch, ist es, aber es ist so schön geschrieben und so, so tiefgründig geschrieben. Es hat mich richtig berührt im Fall. Ja, ja. Und ich habe wirklich so eine Tränen, weil ich so, also ich berühle gerade wegen einem Buch, aber es ist mega gut. Es sind ein paar Tränen, Intervies. Ja, ja, Intervies. Es ist eine Überschwemmung, jetzt mehr liegen. Nein, also ich kann es wirklich empfehlen, also aussen, aussen meint, jetzt mega Probleme mit dem Thema, aber ich finde, es geht nicht nur um das, es ist einfach ein Teil im Buch, der mega wichtig ist für die Geschichte. Es ist ohrerschön geschrieben. Ja. Ja. Buchtipps mit Josel. Nein, aber ich, also ich kann gar nicht viel dazu sagen, sondern ich verstand sehr, sehr fest, dass das ein Feelgut ist. In einem Campingstuhl, im Wasser lesen. Das können wir auch mal zusammen machen. Ja. Das kann man auch grillieren dort. Das kann man auch richtig abschalten. Ja. Weil das ist ja oft die Schwierigkeit, dann auch den Tag wirklich nur für das zu nehmen. Voll. Weil man hat immer das Gefühl, ah komm, aber das noch schnell erledigen, das noch schnell erledigen. Voll. Und wenn man es schafft, wirklich einfach dort hinzuholen und im Buch zu lesen, voll. Ja, es ist bei mir halt auch mega der Vorteil, ich habe englische Bulldogge und die kann wie am 12. im Sommer mit ihr raus, weil es zu heiss ist. Und wenn es so ein bisschen eine Strecke ist, um dort hinzuhaufen, weiss ich so, hey, schau, ab die 4 Uhr, wenn wir so losgehen, dann ist schön schattig im Wald. Ja. Dann weiss ich, wenn ich so halbe 5 Uhr dort und dann weiss ich so, hey, schau, bis am 8, 9 Uhr ist jetzt schön, das heisst, ich kann jetzt einfach 4-5 Stunden einfach da sitzen, muss nichts machen, muss nirgends hinzuholen. Alles andere kann ich vorher erledigen. Hey, meistens zu Hause oder ich nehme mir irgendeinen Snack mit oder so. Wenn wir dort etwas grillieren, ist mir dann zu. Ich habe irgendeinen Snack oder so noch mit. Aber wir haben auch schon dort grilliert, also ich liebe den. Und es ist wirklich so, es ist ein bisschen cringe, aber wenn wir sagen, es ist Malediven, von Mellinger. Es ist schuerschön dort. Es ist wirklich, es hat einfach Sand. Ich checke nicht, wie es so Sand dort hat. Es ist mega schön. Nice. Es ist wirklich richtig, richtig schön. Aber es sind meistens nicht so viele Leute. Also darum sagst du jetzt auch nicht genau, wo? Du weisst, wie viele Menschen der Podcast konsumiert. Ja, aber wie viele aus Mellingen? Also wie viele machen sich den Weg auf Mellingen? Sie reisen. Sie reisen auf Mellingen. Meinst du, also wir können jetzt aber machen das nicht. Das ist mein Platz. Nein, machen das nicht. Also es ist nicht, es ist eben nicht direkt in Mellingen. Alles klar. Es gibt nicht noch mehr Tipps. Achso, ihr findet das nie. Ihr findet mich nie. Aber ja, man kommt Jack Reacher, weil er findet die als Einziger. Das ist ein inwardes Zugang. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn er mich findet. Und dann lüft er dich auf. Das wäre herzlich. Da ist sie wieder mal. Die überraschende Unterbrachung mitten in der Folge. Ganz kurze Info für die, die es noch nicht gehört haben oder nicht haben wollen. Mein aktueller Programm Zero hat nochmal ein paar Tourtermine. Die meisten sind auch schon im Vorverkauf. Jetzt auf www.joelvonmutzendbecher.ch Ganz tolle Support-Acts dabei. Leila Ladari, Benjamin Delay, Matteo Gutenrad, Josep Rizza und Teddy Hall. Also geht schnell jetzt Tickets kaufen. Und dann könnt ihr die Folge weiterhören. Bis dann! Feel Good Day! Feel Good Day! Ich gehe weg von Medien, von Sachen, die man konsumieren kann. Also eigentlich auch nicht. Öliges Essen. Was, was, was? Also nicht ölig, der Geruch von öligem Essen. Ah, okay. Das ist mega. der Geruch, der Geruch, der entsteht, wenn du irgendetwas aus Teig in Öl, in den Koch und das Öl reintust, damit es frittiert. Ja. Aber es ist nicht das Frittieren aus dem Mac. Das ist nochmal anders. Das ist so ein Balkan-Dings. Okay. In Balkan schmückt es so. Ja. Wenn meine Grossmutter kocht hat, hat es so geschmückt. Wirklich? Wenn ich bei uns im Haus im Gang rum lage und das Schmücken, die Gerüche tun ja Erinnerungen. Also wenn du so Sonnencreme schmuckst, denkst du an die Ferien, wo du zum ersten Mal die Sonne... Bei mir im Fall. Ich fühle mich gerade zu Hause. Ja. Weil auf dem Balkan isst man ohrenölig. Bei uns ist alles, alles mit Öl. Also wir ölen alles. Es ist wirklich... Egal, wenn du in einem Balkan und ein Tuch irgendwo drauflässt, es ist direkt durchsichtig. Sie benutzen viel zu viel Öl und das ist mega nicht gut. Und ich kann es auch nicht so gerne so ölig essen. Aber der Geruch... Was ist es für ein Öl? Ach, mein Ding. Es sind wieder Sonnenblumenöl. Also fix kein Soliveöl. Sonnenblumenöl oder Rapsöl oder teilweise so... Also Fett. Ja. Und das ist... Es ist wirklich mega ungesund und das ist voll nicht gut, aber... Wir sind in Albanien in den Ferien. Äh... Am Meer und sind dann nachher noch auf Pristina und einfach... Obwohl ich aus Kroatien, Bosnien komme und Albanien ist halt schon noch mal anders und der Geruch ist gleich. Es ist der gleich Geruch und ich so... Ah, fuck, wir sind zu Hause. Es ist so schön. Ich würde es nie essen jetzt, aber es gibt... In Albanien, das heisst Petla, das ist wirklich so Teig in Öl. Okay. Und... Das ist ein bisschen wie Donutsteig eigentlich. Aber salzig. Aber salzig, ja. Und das hat sie jeden Morgen am Buffet gehabt. Die habe ich einfach jeden Morgen etwa zwölf von denen gegessen. meine Frau war wirklich so und sie sagte, hey, willst du nicht ein bisschen Gemüse nehmen oder irgendwie ein Frucht? Ich sagte, nein, das ist Petla. Oh mein Gott, ja. Nein, ich nehme Petla. Das sieht wirklich schon aus. Ja, das ist gar nicht gut. Ab und zu Frühstück aus dem Kosovo. Ab und zu finde ich geil, etwas zu essen, wo du einfach das Gefühl hast, du spürst schon, wie deine Arterien verstoffen. Also wirklich so... Und das gibt es halt, in Albanien heisst Petla, bei uns sind es Krofne. Das gibt es überall. Ja. Das ist so ein einfach der Geruch. Und den habe ich manchmal, weil wir haben auch so Balkanfamilien in unserem Wohnhaus. Ich könnte rumlaufen manchmal im Gang und schmöcke, bin ich gerade so... Und ich bin mir liebsten gelaufen, hey, können Sie schnell. Darf ich noch ein Wiss? Ja, das ist... Was frittiert man alles so? Alles. Okay. Alles. Nein, vor allem so Teigsachen und so wird bei uns sehr frittiert. So Balkan ist, glaube ich, voll nicht so Teigwarenmässig und so sind wir voll nicht unterwegs. Ja. Aber so Brot, also Brot ist eh sehr riesig. Es gibt kein Essen ohne Brot. Ja. Und eben so Teigsachen tust du eh... Und meine Grossmutter hat eben immer so... So wie so... Liebna heisst das. Das ist ähnlich wie das, einfach so ein bisschen grösser und das als Brot. Sie wissen sich das lieber und immer, wenn ich auf Bosnia in die Ferien gekommen bin, bin ich am Abend dort angekommen mit dem Busflieger oder Auto und am nächsten Tag, wenn ich aufgestanden bin, hat sie das so am Mittag gegeben. Sie sind immer am ersten Tag, als ich Kotei war, hat sie das gemacht und immer am letzten Tag, bevor ich wieder heimgegangen bin, hat sie das gemacht. Für mich, das ist immer ganz früh aufgestanden, hat der Teig gemacht worden und so. Immer. Immer, ja. Weisst du, ich koche so zweimal im Jahr koche ich etwas, was meine Grossmutter immer gekocht hat. Ja. Einfach so, einfach so in Gedenken an sie, weisst du? Und einfach, weil ich es auch mega gerne habe, immer noch. Und das ist genau das, das ist oft so, Bäm, ich bin, wenn ich das esse, ich bin sieben und ich sitze in ihrer Küche. Obwohl, es ist so komisch, du hast direkt wieder das Gefühl und das ist so krass. Also, ich kann dir sagen, was es ist. Und zwar auch immer, weil ich es gewünschen habe und sie hat immer gesagt, aber geil, ich könnte es auch richtig kochen. Und ich so, nein, ich will diese Version. diese Version, nämlich, Achtung, Pulek Schnatzlitz mit einer so Rahmsauce, Brotrahmsoce eigentlich, Uncle Ben's Reis aus dem Säckchen mit ein bisschen Butter und obwohl das eigentlich schon lange Reis mit Fleisch und Soße, separat noch die Migros Curry Soße. Ah was? Und zwar, weißt du, so ein Pulver, den du dann anfangen mit Milch heiss anrührst und ich schwöre dir, die Kombination von dieser Curry Soße mit der Rahmsauce mit Reis und dem Chicken Das sind aber schon geil. Das macht wirklich irgendetwas, irgendwelche Neuronen werden dort anders angeführt, dass du einfach findest, ich für mich denke mir so, oh, etwas Geiles habe ich nie gegessen. Krass. Und also du weißt, das werden jetzt safe Leute ausprobieren. Ey, sie sind mühen, sie sind mühen, weil es ist wirklich, glaubt man es, ich kann dann auch mal eine Anleitung machen, weißt du, sie hat mir dort wirklich genommen, wo es ihr schon nicht mehr so gut gegangen ist, hat es mir wirklich genommen, bis zum letzten Schritt hat es mir alles beigebracht und das ist kein Scheiss und ich finde das immer so, für meine Geschichte mit ihr ist das etwas vom Schönsten, das hätte passieren können. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, sage ich ihr Tschüss und ich glaube, ich habe sogar gesagt, sie haben gesagt, ah, jetzt weiss ich alle Essen von dir und sie hat mich so angesmilt und hat gesagt, wirklich einfach so, ja, jetzt weisst du, alle Essen von mir und nachher habe ich sie nie mehr gesehen. Oh krass, wow. Und das hat mir aber wirklich, natürlich in all der Truhe, die ich hatte, hat mir das immer so ein wohliges Gefühl gegeben, weil ich einfach so, ich kann bis heute für mich denken, sie hat genau gewusst, was sie macht. Weisst du, wie ich meine, sie hat bis zum letzten Tag gewusst, was sie macht. So herzig. Nachdem ich ihr alle Essen gezeigt habe, so haben wir es. Das ist mega herzig. Und jetzt am Schluss. Das letzte Mal. Vielleicht mache ich das dann auch noch in irgendeiner Art und Weise zu einem Bit. Also wirklich, jetzt hat sie gerade kürzlich jetzt den Geburtstag gehabt und immer so um den Geburtstag rum dachte ich dann so, ich könnte es wieder mal machen. Hey, und dann bin ich extra natürlich in das Mikro, weil ich brauche das Zeug von dem Mikro. Kaufe alles ein und dann habe ich auch da oben für mich zu Hause, ich bin allein und ich koche ganz entspannt. Koche ich das Chicken, mache Reis, das ist ja nicht so schwierig. Und dann denke ich so, jetzt muss ich nur noch die Currysoße schnell anrehen, oder? Und dann merke ich, ich habe die Currysoße nicht gekauft. Nein! Natürlich, typisch. Du gehst für etwas Spezifes, du kaufst alles andere und das natürlich nicht. Und dann ist ich mich schon acht in die Soße und ich habe alles bereit bis auf die Soße und ich denke so, aber ich kann jetzt nicht einfach, also jetzt habe ich schon viel zu viel gemacht, weißt du? Ja, dran. Ich bin schon 35 Kilometer gerend im Marathon. Ja. Ich gehe jetzt nicht zurück. Oder höre jetzt auf. Nein, nein, aber es ist schon acht in die Soße und das Mikro nicht mehr offen. Bahnhof kommt man irgendwie nicht in den Sinn in diesem Moment. Da denke ich, fuck, aber es gibt noch kurz vor der Grenze gibt es eine Mikro-Lino-Tankstelle. Das heisst, die haben ja effektiv auch Mikro-Produkte. Da man denkt, hey, es ist ein bisschen ein Longshot, aber vielleicht. Vielleicht. Alles im Hard-Up, gehen wir zum Haus, steigen ins Auto, fahren dahinter und alle Parkplätze voll. Das heisst, ich muss schon mal zu einer Tanksäule, was mich ein bisschen anscheisst. Ich habe immer schlechtes Gewissen, wenn du bei einer Tanksäule haltest und nicht tankst. Das ist scheisse. Eigentlich auch, aber je nachdem sind sie dann ein bisschen hässig, wenn sie hinten dran warten müssen. Ja, komm, ich weiss, es ist komplett falsch und ich bin so, wegen diesen zwei Minuten. Das habe ich dann auch gedacht, kein Problem. Es sind aber nicht zwei Minuten, weil, während ich parkiere, läuft eine eine rum, wirklich so, die hat ausgesinnt, straight for Tiger King. Ja. Also wirklich. Was lustig ist, direkt weisst du, wie sie ausseht. Und sie hat so mit sich selber geschwatzt. Oh no. Und sie läuft so recht nahe bei meinem Auto rum. Oh no. Und ich so, der Klassiker, such so etwas in der Konsole. Also, ob ich irgendetwas aus der Konsole bräuchte. Und ich so, hmm. Wo ist das Ding, wo ich nicht weiss, weiss, was es ist. Weiss. Der Parkbeleg ist nicht. Nein, nein. Die Münze da auch nicht. Nein. Das Plastik, wo ich gerade am rauskratzen bin, auch nicht. Und sie steht irgendwann einfach wirklich vor meiner Türe. Oh fuck. Und ich so, okay. Mach die Türen auf, wirklich während des Juff mach, fuhlt sie an und erklärt mir irgendwie, hey, ich habe erst nächsten Mittwoch wieder Beistand und so. Und ich so, hey, es tut mir mega leid und ich habe wirklich keine Münze. Ich so, ich habe keine Münze. Ja. Und sie, ja, aber kannst du mir nicht ein Packchen Zigaretten kaufen? Bro, nimm doch ein Sandwich, Mann. Alter. Und ich so, willst du nichts anderes? Und sie, nein, ganz ehrlich, das Einzige, wo ich will. Ja, aber bro, es ist nice, ohne Zeit. Nein, und das hat sie allein. Und, und zwei Energydrinks, die grauen. Sie sind 16. Und ich so, ja, 16 im Geist, hat aber nicht so ausgesehen. Und ich so, wirklich, wenn du mich im falschen Moment verwirrst, äh, ich sage immer ja, weisst du, ich bin einfach so. Ja, aber das ist eben auch nicht, also, ich weiss, also, ich bin aber auch, ich, ich hätte ja gesagt, einfach so aus der Situation rauskommen. Also, und ich so, okay, und dann sage ich natürlich noch, Marlboro Rot, und sie, ja, genau, und ich so, grosse Überraschung, äh, aber die grossen, weisst du, den Honeymaker, und ich so, ja, den halt, fuck it, Alter, was hat sie noch gewünscht, Mann? Geh in die Tankstelle hinein, dann haben die meine Sauce nicht. Ah, fuck. Ich bin an eine Tankstelle gefahren. Oh nein, Mann. Ich hätte es nicht gemacht. Zum, ja, aber. Ich wäre so, ich habe Sportman vergessen, wäre das Auto weggefahren. Scheisse, gar nicht. Sorry, wenn sie Sauce nicht hat. Wirklich, das heisst, ich bin auf den Daren gefahren, um ein Packchen Ziges und zwei Energydrinks zu kaufen. Ich habe 15 Euro ausgegeben, nicht für mich, und dann bin ich einfach wieder weggefahren. Und der Typ, der mich bedient hat, der hat wirklich so gedacht, Alter, was ist das? Was läuft mit dir? Stimmt, du hast ja nichts anderes gekauft. Er hat einfach gedacht, du bist jetzt einfach dieser Zeug zu kaufen. Ich fahre jeden Tag. Oh mein Gott, stimmt. Ich fahre gar nicht. Wieso hast du nicht einfach noch etwas genommen? Wieso hast du nicht noch etwas verdient? Milch oder so? Ich bin komplett überfordert gewesen. Meinst du, ich habe mir so etwas überlegen können? Das war eine riesige Frechheit. Weisst du so, okay, frage noch etwas. Aber halt, das Zige-Päckchen ist wirklich so 9 St. oder so. Du kannst es einfach... Nein, die grossen sind auch die Türen, habe ich dann gemerkt. Ah, die grossen mit mehr Ziges drin. Ich meine, die längeren, oha, die Rotten. Oh mein Gott, sie hat dich voll abgezogen. Aber sie hat dann halt mega Freude gehabt und ich bin wirklich ins Auto gestiegen. Fah. Ach, man. Und dann habe ich das Schlimm. Und dann bin ich natürlich noch ins Quartierlädeli. Und dann habe ich dort so fertige Nudeln, irgendwelche so asiatische, und kauft aus dem Säckchen. Da habe ich das ein bisschen Pulver. Ja. Da habe ich das dann genommen. Krass, du hast es nicht aufgegrauert. Und es war so medium, da habe ich es drei Tage später noch richtig gekocht. Okay. Aber gute Geschichte. Ich finde, siehst du, du hast jetzt ein cooles Essen wegen dieser coolen Geschichte gehabt. Ja. Weisst du, was solltest du machen? Was? Du solltest eine Feelgood-Kochshow machen. Wo jeder kommt und seine Feelgood-Essengeschichte erzählt und nachher kochst du es mit ihnen zusammen. Weil ich hätte meins auch. Ah, wirklich? Ja. Ich habe das erste Essen, das ich selber gekocht habe und selber gekauft habe, das ich alleine gewohnt habe, ich habe einfach zusammengewürfelt, was ich zu Hause hatte. Und das war eine Penny. So die gefrorenen Schnitzel aus dem Migros. Mhm. Ja, habe ich auch viel gemacht. Und Bratensauce. Yes. Wow, ist das geil. Und das ist immer noch, wenn ich so allein bin zu Hause, wenn ich irgendwas koche, dann gehe ich in die Migros und hole mir die Bratensauce, hole mir die Schnitzel und hole mir die Penny. Und das ist eben, das klingt mega simpel, aber es ist einfach so ein feines Essen. Voll. Und weisst du, es ist ja immer so, Essen, wo du wirklich denkst, das würdest du jetzt im Restaurant Böstli früher noch für 12 Stunden wäre das Mittagsmenü gewesen. Ja, und das ist aber auch geil. Ganz ehrlich, das war auch geil. Und das ist, nachdem du schon vier Stunden richtig gebietsst hast, ja, dann brauchst du einfach mal schnell, brauchst du einfach mal schnell eine Art Kalorien mit Fett und Soße. Ja, und ein bisschen Kohleizrat und ein bisschen Eiweiss und das ist einfach alles dabei. Dann gehst du noch mal ein bisschen in den Stollen und dann gibt es ein Bier am Feuerabend. Richtig. Aber das ist wirklich so einfach, ich habe wirklich das Gefühl, so, ich finde auch so fancy essen und so geil. Aber man, gib mir einfach so ein simples Zeug, wie so ein Döner, Mann. Ich finde, ein Döner ist einfach perfekt, das ist so simpel und gut. Das ist mir wirklich so, wenn du mir eine Auswahl gibst an 15 Restaurants und sagen, hey, wo gehen wir essen? Ich würde zu 80 Prozent sagen, nein, scheiße, holen wir einen Döner, Mann. Das ist viel komplizierter. Für das bin ich dann, ich bin halt ein Riesenfan von Burger und Pizza. Ich bin kein Burger-Fan. Wirklich? Ich finde, ich finde die Einzige, für mich ist so, klar, es gibt feine Burger, es gibt gute Burger-Reste und so, aber am Ende vom Tag bin ich so, Mac ist immer noch besser. Also, ich liebe Mac, Mac ist wirklich, ich finde Mac voll geil. Es ist für mich, es ist für mich trotzdem etwas anderes, als ein wirklicher Burger. und es ist in der Schweiz auch nicht so einfach, richtig geile Burger zu essen, aber wenn der einmal, warte, wenn der einmal in den USA war, und du gehst nicht, du gehst nicht in einen effektiven Fast-Food-Laden, sondern einer, nein, das kostet nicht viel mehr. Ja, ja. Also, weißt du, zum Beispiel in Downtown LA hat es einen gegeben, Cassells heisst der. Ich weiss noch den Namen, weil einfach so, ah, oder vielleicht ist der in New York gewesen. Einen von beiden hat Cassells geheissen, aber ich habe zweimal einfach insane Burger gegessen, und er ist auch so simpel, er ist nichts anderes, als einfach gutes Brot, geiles Fleisch, ich habe immer noch Kässtof, und ein bisschen Ketchup, ein bisschen Mayo, fertig. Ja, simpel. Aber deswegen habe ich ihr Innenaut auch so gerne. Du hast kein Sales gefunden. Wow, schau mal an. Aber die sah wirklich gut aus. Oh mein Gott, da drehe ich durch. Ich schwöre es dir. Und ich habe vor ein paar Tagen, das ist aber das, wirklich, es braucht nicht so viel in einem Burger. Ah, Koreatown? Für mich ist so, Sind die sonst noch nicht mehr? Oder bin ich extra auf Koreatown für das? Für mich ist wirklich so, ein Burger muss nicht, nur dort, 50 Sachen drin haben. Es reicht einfach simpel, aber dafür sind Zutaten wirklich geil und gute, gute, weisst du, Zutaten, gute Qualität. Aber das ist das, was ich gemerkt habe, mit meinen besten Freunden, ich, haben mal Interrail gemacht, vor 15 Jahren oder so, mittlerweile. Und, wahrscheinlich noch länger. Das sind die schlimmen Momente, wo du merkst, ich werde wirklich älter. Vor 15 Jahren. Du weisst, und dann denkst du auch, nein, es sind noch mehr als 15 Jahre. Egal, Interrail, das erste Mal in Berlin, und danach finden wir irgendein Restaurant, wo heisst, Pizza ab 5 Euro, oder irgendwie so. Und, wirklich, wir sind so durchgetreut, weisst du, die Sparfuchsschweizer, oder, wo wir mit dem Interrail umreisen, sagen, was, wir können eine Pizza in einem Restaurant für 5 Euro, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich könnte 2 Euro essen, und das ist dann immer noch günstiger als in der Schweiz. und dann habe ich einen genommen, mit Rohschinken, und was auch immer da drauf als Belag gewesen ist, ist etwas vom widerlichsten, was du jemals gesehen hast, schmeckt, gegessen, was auch immer. in diesem Moment habe ich gesagt, aber ganz ehrlich, wenn ich es mir leisten kann, lieber zahle ich 25 Euro, dafür ist es einfach das geilste, der geilste Rohschinken und das geilste Material. 100 pro. Janik und ich schaue auch gerne so Gordon Ramsay-Zeugs, weisst du, und jetzt ist gerade ein Fall gewesen, wo er in so eine Pizza-Place geht, und er schmeckt einfach schon, wo er die Pizza isst, dass es keine richtige Mozzarella ist, sondern so processed Mozzarella. Und dann so, die machen die Pizza, was ist, du machst einfach Teig, gute Tomatensoße, gute Mozzarella, und der Unterschied ist irgendwie drei Rappen im Einkaufen. Also weisst du, das macht keinen Sinn, sie sparen dann am falschen Ort, für das die Pizza so viel geiler ist. Es lohnt sich auch einfach nicht, am Essen zu sparen, weil dann gehst du in das Rest ein, weil es günstiger ist, dann ist es nicht fein, dann isst du es nicht, gehst nochmal irgendwo etwas essen, dann gehst du lieber ein bisschen mehr aus, isst es richtig fein, und bist zufrieden. Ich bin auch, was das auch gerade so, ich bin nicht heikel oder so, gar nicht, ich kann auch easy alles essen, aber bei mir ist das so, ich zum Beispiel ein Verdi's, ich gehe auch gerne ein Verdi's, ich finde ein Verdi's voll geil und so, aber ich finde es auch too much, so, ich finde, ich finde, zum Beispiel, falls wir mal in Lernsburg am Bahnhof sind, da hat es einen Dönerladen, gerade am Bahnhof, so einen Stand, sieht mega unscheinbar aus, Alter, das ist mein absoluter Lieblingsdöner, weil er einfach simpel ist, es ist gutes Fleisch, gutes Gemüse, gutes Brot, gute Sauce, fertig, kein Schnickschnack und Eier und noch Käse, einfach ein ganz stinknormaler, simpler Döner. Weisst du, was ich lieb im Döner? Ich will alles und Fettakäse. Ja, aber das ist auch voll so ein, das ist glaube ich auch so ein Berlin-Ding. Dort ist glaube ich das, aber ja, das ist glaube ich, das ist in der Schweiz einfach nie angekommen, aber ich glaube, das ist so Standard bei mir. Der, wo ich um eine Ecke habe, Kebab Factory in Basel, ist mein Liebling, Matteo ist nicht ganz einig mit dieser Meinung, er ist bei, er ist Aziz. Aziz, Aziz macht wirklich Fleischspiess und Kebab Factory hat Döner-Tier, aber alles an Gemüse, Soße und Brot, wo sie noch schnell grillieren. Du meinst, Döner-Tier ist doch das Pressfleisch, oder? So, wo sie einem streifen, ich will nur das. Ich will das andere nicht gerne. Ich finde es eben auch geil. Alle sind so, nein, Pressfleisch ist nicht gut. Doch, ich will einfach, das stinkt normales Pressfleisch. Ich brauche kein Steak-Premium-Fleisch im Döner. Weil alle anderen Sachen sind super frisch und super fein. Ja. Dann nehme ich beide Soßen, ein bisschen scharfen Pulver und Feta rein. Ja. Und das ist für mich, die absolute Bombe-Experience. Jetzt ist der, der Matteo ist mehr, Jetzt habe ich jetzt, ich habe noch einen Töner essen. Der Matteo ist mehr Aziz, weil der effektiv noch ein richtiges Spiess hat. Aber, das ist mir oft zu fettig. Ja, voll. Voll, ich bin gar kein Fan von dem. Gar nicht. Es ist mir auch so, es gibt jetzt mega viele, die so Steak-Fleisch machen. Ja, ja. Das ist mir zu bougie. So, gib mir einfach einen Döner. Ich brauche keinen Premium-Fleisch. Gib mir einen Döner, Mann. Ich isse mega gerne Döner, aber wirklich so, wenn ich es zusammenrechte, ist es vielleicht alle zwei Monate. Ich isse auch nicht mehr viel. Ich isse auch nicht mehr oft Döner, aber früher habe ich nicht viel gegessen. Das Problem sind, lustigerweise, auch wenn du keine Zibli nimmst, was ich schon mega scheisse fände, weil ich unbedingt zibli bin. Ah, zibli sind der Tod. Das Problem ist, auch wenn du keine nimmst, der Dönergeruch, so einfach so, die Döner-Aura, wo du dann... Der ist sehr penetrant. Du hast dann wirklich einfach so eine Döner-Aura für eineinhalb Tage. Das heisst, ich muss wirklich genau einplanen, wenn ich mal einen Döner isse. Das ist ja, wenn du in deinem Isse isst, kannst du deine Kleider sein. Genau. Das schmecken einfach nach Döner. Genau. Ich finde... Schon nur, wenn du dort zu lange wartest. Ja. Und draussen warten. Eben. Ich sehe es auch immer gerade, ich sehe auch immer gerade die, die draussen warten, die, die dünnen warten. Die wenden nicht. Kannst du immer ein Spiel machen mit dir selber? Ja. Wartet er dünnen, du wirst da. Und du weisst es, 90% von den Fällen weisst du schon. Ja. Du siehst den Leuten auch. Wie sind wir jetzt auf das gekommen? Go to Öligs Essen. Äh, Go to Feelgood Öligs Essen. Ah, Öligs Essen, ja. Das sind wir eigentlich immer noch recht im Geigen. Ja, gut, 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 gut geschlossen. Okay, Feelgood 4? Feelgood 4? Ah, jetzt weiss ich nicht. Es ist passgekommen, weil du von Berlin gesprochen hast, äh, Grossstadt. Ja. Ich, wenn du mich fragen würdest, Josu, hast du gerne Städte oder würdest du gerne in einer Grossstadt leben, würde ich immer sagen, nein. Ich würde auch nie wollen in Zürich leben und so. Ja. Aber jedes Mal, wenn ich in einer Grossstadt bin, checke ich wieder, doch, ich habe das eigentlich schon ohne gerne. Aber würdest du wirklich in einer Grossstadt leben wollen? Ich glaube schon im Fall. Ich glaube schon, weil irgendwie, das Problem ist, ich gehe dann halt wieder nach Hause auf die Meligen und bin so in diesem kleinen Natur-Dings und bin so, ah, eigentlich ist es schon schön ruhig und so. Also, aber ich finde so die, vor allem so europäische Grossstadt oder halt, ja, allgemein Grossstadt, also New York und so. Sobald du ein bisschen länger dort bist, bekommst du so, checkst, also ich check mega die Energie von dieser Stadt. Ja. Und dann bin ich voll drin. Mhm. Und ich, wir sind, äh, vor kurzem in Berlin gewesen, wegen so einer, Roast Battle Aufnahme. Ja, ja, ja. Und ich bin dann irgendwie zwei Tage allein gewesen in Berlin und, fuck, habe ich das geliebt. Ja. Weil ich in dieser Stadt und in dieser Stadt unterwegs bin und so, es hat sich so, hat sich so richtig angefühlt. Ja. Ich habe, ich liebe Strandferien, ich liebe so, so Ferien, ich liebe irgendwo an einen schönen Ort herangehen, wo es so relaxing ist und so. Aber, in, neun von zehn von den Fällen, wenn ich jetzt müsste Ferien buchen, würde ich mich immer zuerst für eine Grossstadt entscheiden. Ja. Zum irgendwo herangehen. Ja. Ähm, was, was, was hat, was hat dir jetzt so gefallen in Berlin? Ich glaube einfach, dass so viel los ist. Obwohl ich gar nicht so, so ein outgoing Mensch bin, so extrem, aber einfach, das Gefühl, dass immer etwas läuft und dass überall etwas los ist und überall etwas lebendig ist, gibt mir so, ich lasse mich, mich selber irgendwie lebendiger fühlen. Also weißt du, ich habe wie das Gefühl, so, das ist wie wenn mich um mich herum mega viele Leute wichtig tun, fühle ich mich auch wichtig. Weißt du, und es ist so. Aber es ist natürlich schon so, eine Stadtenergie kann die Antweiter mega oder sie kann die komplett kaputt machen, sie kann die komplett, sie kann alles an Energie entziehen. Das wäre dann halt, das wäre mein grösstes Bedenken, wenn ich lange in einer Grossstadt leben würde, ob das würde passieren. Also ich weiss, ich weiss für mich persönlich, wenn ich mehr als eine Woche in Berlin bin, werde ich super depro. Okay, krass. Aber richtig heftig. So, ich habe brutale Hassliebe mit dieser Stadt an sich. Ich finde aber zum Beispiel die Energie so in den Strassen finde ich irgendwie nicht so geil. Grundsätzlich irgendwie, ich fühle mich nie irgendwie dort. Ich habe mittlerweile einen Weg gefunden, weil ich sehr gerne einen Quatsch-Comedy-Club dort spiele. Merke ich schon, es gibt nicht nur Beschissens in dieser Stadt, auch zwei, drei wirklich gute Freunde jetzt, weißt du, du kannst immer noch selber entscheiden, ob du dann wirklich jemanden willst sehen oder nicht. Aber ich habe mittlerweile ein bisschen anderen Lebensstil als früher. Dass ich eigentlich auch noch Bock habe, wirklich irgendwie, auch wenn ich spiele, nicht allzu spät aufzustehen, vielleicht jemanden treffen, etwas essen, etwas rumspazieren. So, oder? Und trotzdem finde ich, ich habe das Gefühl, auch im Sommer, also entweder ist es zu heiss, wenn es wirklich mal schön ist, und sonst ist es immer so ein grusiger Wind, wo ich wirklich das Gefühl habe, es sind die toten Seelen, die toten Seelen, die dort alle umgebracht worden sind. Das ist wirklich so, ich habe das Wetter in den Städten sehr gerne. Ich habe es auch gerne. Also eben, das ist jetzt spezifisch Berlin, also ich habe eine Hassliebe zu deren, aber, ich verstand trotzdem, wenn es einem etwas gibt. Ich habe es auch gerne, wenn es so, wenn es so heiss ist, in einer Grossstadt, dann so ein Grossstadt-Ding machen und es versuchen, von der Hitze zu flüchten. Also, ich weiss es nicht. Es ist irgendwie, vielleicht müsste ich wirklich länger, länger, länger bleiben, um zu verstehen, ob es wirklich nicht einfach so eine Momenterscheinung ist. Aber ich geniesse es, auch wenn es ein Momenterscheinung ist, geniesse ich ja die dann irgendwie. Keine. Voll. Ich verstand es. Was sind so deine Lieblings-Grossstädte? Hey, New York ist krass. Ich liebe New York. Eben. Dort bin ich aber so fest bei dir. Aber es ist lustig, weil eben für mich ist so, wenn ich jetzt schon nur überlege, Berlin, New York, das ist für mich... Ah, Walden. Ja, für mich auch. Absolut. Ich bin an Berlin schon. Ich habe Berlin schon mega gerne. Also, ja gut. Ich finde, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich würde Berlin mögen. Und es ist einfach nie passiert. Weisst? Weil einfach die eigenen Erfahrungen sind zu stark. Ja. Irgendwie im Hirn wired, oder? Das hat auch bei diesem Interrail. Wir sind Amsterdam, Hamburg, Berlin, Prag. Ja. Und vor all diesen vier haben wir mit Abstand beide. Aber ich habe irgendwie unsere Experience gesehen. Ja, das ist einfach nicht geil gewesen. Ja, fair. Und dann hast du das schon mal so als Basis. Und dann wird es natürlich mega schwierig, den Singer zurückzuholen, oder? Bei Paris habe ich es ahnengekriegt. Bei Paris habe ich richtig switchen können. Ah, Paris habe ich von Anfang an geliebt. Ja, eben dort habe ich natürlich auch. Ich habe mal so eine dumme Drei gehabt. Ja. Und für was? Also... Also... Notelle Basel, wo ihnen der TGV neu aufgegangen ist. Also, die Strecke frisch gesehen ist. Und so. Und jetzt kamen wir in drei Stunden auf Paris und so, oder? Haben die irgendeinen Deal gemacht und wir mussten irgendwie einfach so einen Bericht darüber machen. Aha, okay. Was das jetzt gibt und geil, oder? Und das haben wir noch auf Paris. Ja, eben. Das ist mal... Es hat sich dann herausgestellt, dass man einfach Zugtickets zahlt kriegt und sonst nichts. Aha. Ja. Aber auch easy. Auch easy. Natürlich hat das dann null funktioniert und du bist irgendwie sieben Stunden im Zug gesessen, bis du mal in Paris bist. Und der, der es organisiert hat, der Kameramann, der hat gesagt, ey, wir haben ein super Hotel, wirklich so 700 Meter vom Eiffelturm. Und dann laufen wir in der Strasse und dann sagt, ja, jetzt kommt es dann gerade. Und dann siehst du einfach wirklich so die grösste Parksteinwand, wo du hier immer es gesehen hast. Keine Fenster. Und ich so, ist das? Nein, ich glaube es nicht. Bis sich dann irgendwann herausstellt, es gibt mehrmals die Strasse mit diesem Namen. Und dort, wo er ein Hotel gebucht hat, ist es fachging zwei Stunden entfernt vom Eiffelturm. Und dann ist halt einfach alles schon gelaufen. Ja, dann ist einfach alles schon scheiße. Kein Bock auf irgendetwas. Und wenn du irgendein Baguette siehst, will ich es einfach gerade über den Kopf hauen. Ja, dann hasse ich. Aber dann fangst du auch alles zu haten. Und dann ein paar Jahre später gehst du irgendwann wieder mal und entdeckst du so, wow, eigentlich ist das geil. Das kriege ich schon auch hin. So ist es nicht. Aber New York ist auch. Für mich ist ja wirklich New York. Aber ich habe LA auch wirklich krass gefunden. LA habe ich auch gerne, aber dort merke ich dann, dass es wirklich, LA hat einfach die zwei Seiten. Ich glaube, LA könnte ich nicht leben. Ich bin wahrscheinlich auch mal zu lange gewesen. Charlie und ich sind ja sieben Wochen in LA gewesen. LA ist schon, also LA hat schon, dort siehst du die zwei Seiten von den Medaillen richtig krass. San Diego ist schuere schön. Ja. Aber ich glaube, wenn ich so ranken müsste, würde ich so, glaube, New York, dann Berlin, dann Amsterdam, Zagreb, Paris. Nein, Paris Zagreb. Zagreb ist aber auch nice. Zagreb habe ich noch nie gesehen. Zagreb ist richtig so, vielleicht liegt es auch an dem, weil es in Kroatien ist, aber Zagreb ist richtig so cute. Und ich muss sagen, aber es ist halt auch einfach, wie viele Einwohner hat Zagreb? Boah, keine Ahnung. Ein paar hunderttausend vielleicht. Also eben, weißt du, so mehr so Amsterdam, so unter einer Million, oder? Ja, fix unter einer Million. Ich glaube, Kroatien hat irgendwie nur drei Millionen Einwohner. Drei, sieben oder so. Nun? Ja, ja, sag eben spät. 806.000. Okay, krass. Also es ist grösser als Amsterdam. Ja. Also mehr Einwohner. Und, was ja, ich glaube, auch wenn es Balkan ist, Pristina ist auch sehr geil. Ja. Es ist einfach eine geile Stadt. Es ist einfach so eine Stadt, wo du wirklich an jedem Ecke kannst du essen und das Essen ist gut. Die Leute sind cool drauf und so. Das einzige Problem bei Pristina war es im Sommer und dort kannst du wirklich nichts, um dich von der Sonne zu schützen. Es ist alles Beton. Und dort musst du halt, als Tourist musst du halt einfach in die Malls und so gehen. Aber, ja. Das ist mein, äh, mein Thailand, äh, Ausflug gewesen. Wenn ich ins Kiel wollte, gehst du in einen Mall. Ja, ja. Dann kannst du halt kurz Mittagessen und so. Wir haben in Pristina, wir sind vier Tage am Stück, sind wir heute mal, sind dort Mittagessen und am Abend sind wir dann in Stadt eins go trinken und auf Stadt go laufen. Was einfach du den Tag nicht hast. Du hättest schon können, du stirbst nicht, aber es ist einfach, es ist einfach nicht angenehm. Ja, ja. Ja. Ja, grösst nicht. Voll geil. Vielleicht wohne ich mal in einer. Wie oft bist du ein Jahr gewesen? Viermal. Ja. Mein grösster Traum wäre irgendwann mal beruflich so weit zu sein, dass ich vielleicht einfach so im Jahr so drei Monate auf New York könnte. Mhm. Zum so Pause machen. Das wäre, das wäre so geil. Das ist so geil. Du hast ja mal ein halbes Jahr auf New York. Krass. Wo wirklich, wo es gerade so richtig abgegangen ist in Deutschland, hat er wirklich gefunden, ich brauche jetzt Power. Voll geil. Und du bist auf New York, halbes Jahr, hat sich die schabigste Wohnung aller Zeiten irgendwie, also eben so mehr Raum irgendwie genommen, mit ganz viel Kakerlake und so. Und ist dann einfach dort eben so Open Mic gespielt und, und, äh, schon nice. Einfach mehr so, ich mache das jetzt für mich, weißt du? Ja. Es ist einfach, es macht Spass. Das hörst du noch oft, aus Frankreich, ich sage es jetzt extra falsch, weil ich kann es nicht richtig sagen, Garde Elmalee. Ist, ist, äh, marokkanisch, französischer, Comedian. Ah, okay. Okay. Ist in, fraglich so huge gesehen, und er hat auch gefunden, er macht jetzt auf Englisch, ist auch auf New York. So, das ist so, wenn du wirklich, wenn du so wirklich willst, auch für dich, testen, bin ich noch lustig. Ja. Garth sagt im Interview, das Problem ist bei ihm gewesen, er ist auf die Bühne gekommen und die Leute haben schon gelacht. Also, weißt du, das ist dann so, du hast gar keine, du hast gar keine Massstatt mehr. Ja. Oder? Du kannst gar nicht, du kannst gar nicht mehr probieren, weil es funktioniert eh alles. Und das ist jetzt nur für den Comedy-Bereich, aber ich merke auch einfach, eben, ich kriege Energie in New York. Das ist genau das. Mir gibt es das. Ja. Es ist alles hoch und weit und einfach das Schachbrettmuster von der Stadt, dass du einfach, das ist so, das ist so, das ist so. Das ist der einzige Ort, wo ich mich auch nie verlaufe. Nie. Nie. Lass mich, wirklich, ich lande in New York, ich brauche keine Maps, ich brauche nichts. Ich weiss, wenn ich mit dem Zug in die Stadt komme, ich weiss, wenn ich von der Zugstation sonst irgendwo hankomme, ich brauche es alles nicht zu funktionieren. Und das ist so geil. Irgendwie, irgendwie, ich weiss nicht, was es ist, aber die Sirene, beruhigt mich auch. Mega. Egal wo sonst, ist die Sirene Stress und dort ist es so, das gehört dazu, oh, mit dem werde ich noch, I feel alive. Weissst du, oder? Mega. Und irgendwie, also wissen, ich bin sonst nicht so gut, ich sitze in den Kaffee und arbeite, oder? Dort, ich gehe von Koffeeshop zu Donut Place zu Bagelshop, was weiss ich. Easy. Und Tag geht rum und ich habe so viel gemacht wie sonst selten und ich bin irgendwie 30'000 Schritte gelaufen, aber ohne es spüren, merkst du es gar nicht. Könntest du noch mehr. Voll geil. Ich liebe es. Voll geil. Okay, lädt es zu viel gut? Du hast auf die Uhr geschaut, hast du... Nein, meine Uhr hat vibriert. Ich habe so ein, so ein, so ein, so ein, wie heisst es, achtsamkeitsding und, und, es meldet mir, ähm, wie heisst es, Stehstunde. Aha. Es tut dir sowieso, ähm, du hast sowieso Ziel von Schritt und alles und du hast auch Ziel, wie viele Stehstunde du hast. Aber es macht gar keinen Sinn, wo du stehst, gar nicht eine Stunde. Aber irgendwie, jedes Mal, wenn du eine Stunde sitzst, sagst du so, hey, du sollst langsam aufstehen. Okay. Du sollst es im Stehen machen? Nein, gar nicht. aber es ist, ich, darum ziehe ich es manchmal teilweise auf der Bühne ab. Ja. Es ist, 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 aber jetzt, es ist, es vibriert und, mich lenkt es so krass ab, ich muss runterziehen und schaue, oh, was ist das gewesen. Und dann ist es so, oh, da entsteht es eigentlich. Ich habe zwei Kollegen, die wirklich alles auf ihre Apple Watch gemacht haben. Ich liebe Apple Watch. Und dann ist wirklich jede Nachricht und dann wird sie auch noch schnell beantwortet. Es ist wirklich ein Hass, Liebe. Und es ist, es ist, es ist das Gegenteil von dem, was ich probiere zu erreichen. Es ist wirklich so ein Hass, ich habe nirgends Notifications drin und dann, schau, wie krass es mich ablägt. Ja, fair. Aber hast du es gemerkt, wie krass es mich ablägt? Und es ist eben, ich finde es eben fast unanständiger, als aufs Handy schauen. Weil wenn ich, wenn ich jetzt aufs Handy geschaut habe, hättest du dann, oh, hast du irgendeine Nachricht bekommen oder so. Ja, ja. Aber wenn ich auf die Uhr geschaut habe, hast du gemeint, denkst du automatisch, oh, er schaut auf die Uhr, vielleicht muss er gehen oder so, oder ist er im Stress. Das habe ich gedacht, Das ist so unangenehm. Das ist so unangenehm. Jetzt stell dir vor, das ist so unangenehm, weil das passiert mir mega oft. Ich warte, ich warte auf den, behaupte in fünf Jahren, wenn dann alle so dumme Gläser sahen und du redest mit jemandem und einfach warnt im Gespräch machen sie dann so, mhm, ja, und sie haben einfach die Augen irgendeinem oben und du merkst, ich kann ja halt etwas lesen, warnt du mit ihnen schwarz ist. Das ist so unangenehm. Ich komme so oft in diese Situation, dass ich wirklich einfach so, mit jemandem essen bin oder reden, und dann bekomme ich irgendeine Meldung, Achtsamkeit oder meine Gesundheitswarnung, so, hey, heute am 10 Uhr musst du, weisst du, bla bla, nacht ready und so. Und dann machst du das, und dann sind die Leute wirklich so, hey, musst du irgendwo hernehmen? Und ich so, fuck nein, sorry. Und wenn wir jetzt in meinem Podcast sind, kann ich das nutzen und das erklären. Ja. Aber mit dem Essen, schon vorhin, wir waren jetzt am Essen, und ich hätte dir das so erklärt, er hat gesagt, Bro, hör doch auf lügen, du willst dich jetzt ausreden, weisst du? Und du bist so, aber ich liebe die Uhr, ich kann sie nicht weggeben. So, Feelgood5. Yes. Das ist, wieder etwas medienmässiges zu konsumieren, das Album Stereolux, von Stereolux. Wirklich? Ja. Das ist mein, ist einfach mein Go-To-Album, wenn ich einfach etwas durchhören möchte und eine gute Laune habe. Ja. Ich weiss nicht, das Album ist irgendwie zu der perfekten Zeit gekommen, wo es gekommen ist. Wann ist es gekommen? Äh, 2, 2, nein, 2,9, 2,20. 2,20 oder 2,21? 2,21. 2,21. Wann? Ist das, steht das Datum? Nein. Ist das vor dem Sommer gewesen? Ich weiss nicht. Ich weiss, es ist einfach irgendwie, das erste Mal, als ich das Album gelöst habe, dann ist es direkt geliebt. Ja. Ich habe direkt Konzerttickets gekauft. Ich bin direkt auf das Konzert, das Konzert zu dem Album, glaube ich, ich habe drei, vier Mal gesehen, auch noch am Festivals und so. Und es ist einfach, ich drücke auf Play, ich lese nie zufalls wieder an. Ich fange immer beim ersten Lied an und wenn ich heute Morgen anfange, das erste Lied zu hören, dann werde ich heute durch den Tag noch irgendwann das ganze Album durchlösen. Ich finde jeden Song perfekt, wenn jeder Song hat den richtigen Mood. Das ist einfach, es ist schön, auch so, so ein bisschen, so ein bisschen Love Songs, Sad Songs und so ein bisschen Party Songs und es ist perfekt, mich lieb. Es ist, wenn, also wenn du nur noch ein Album dürftest losen, dann wäre es wahrscheinlich das, Obwohl ich gar nicht sonst so viele Stereo-Luchs losse, aber das ist eins von der, für mich in meinen Augen der besten Album, das es gibt. Es ist einfach ein schönes, chilliges Album. Hast du ihn schon mal kennengelernt? Ja, voll, er, es ist ja mega peinlich. Ich habe mal für ein Konzert von ihm eine Story reingetan, wo jemand noch Tickets hat, weil es ausverkauft ist. Dann hat er mir ein DM geschrieben und gesagt, hey, ich kann dich auf die Gästenliste tun und ich habe das Datum falsch eingeschrieben. Und dann bin ich auf Insta und sehe so Stories von Stereo-Luchs-Konzerten im Exil, glaube ich. Und ich so, hä, huergeil. Und ich so, wow, wieso spielt er zwei Konzerte so nahe bineinander? Und dann habe ich dann so, fuck, und ich hatte so ein schlechtes Gewissen gehabt. Weil, vor allem, wenn ich mir gedacht habe, weisst du, wie Asi, wenn er jetzt fragt, hey, ist jemand nicht gekommen von der Gästenliste und es heisst ja, der Jozo. Und ich so, fuck, und dann habe ich eben mega lang, dann ist es Open Air gewesen, in Bern, das Bex Festival und er ist dann auch auftreten und ist dann, ich habe ihn kurz im Backstage gesehen, aber er ist schon weggelaufen und dann kann ihn draussen auf dem Areal gesehen und dann bin ich so zu ihm und ich so, hey, hey, hoi, so zum Slav. Und er kennt irgendwie, glaube ich, wie Comedy und so, er ist mal an einem Open Mic gesehen und so und ich habe gemeint, er folgt mir, weil ich ihm auch folge, weil er fahre, aber er folgt mir tatsächlich, weil so Comedy und so. Das ist für mich so, so, oh mein Gott, ich hatte so einen Star-Moment mit ihm dort und er so, ich kenne dich, ich finde dich bringe lustig und so, so krass, und ich habe so ein bisschen geschwätzt und dann ich so, hey, ich muss dir etwas sagen, wo man schon so fuhrenlang auf der Seele liegt, dann habe ich ihm das erklärt, dann habe ich mir das erklärt, ah nein, das hätte ich nie mitbekommen, du musst mir das nicht mehr sagen, ich so, ja, fuck, scheisse, ja. Was ist der Unterschied zu meiner Premiere? Ey, du kannst einfach auch nicht an mich reinkommen, weil du quitt. Hast du eine Einladung bekommen? Ich habe eine Einladung bekommen, ja, aber ich kann nicht. Hast du abgelehnt? Nimm an und komm einfach nicht, dann sind wir gekriegt. Das habe ich mir zuerst noch überlegt, aber das hätte ich voll fair gefunden. Ja, ich bin aber besser geworden, ich bin wirklich besser geworden mit, das habe ich echt nicht cool gefunden. Das habe ich noch nie gross, also normal, ich habe es beim Stereo auch gemacht, aber ich finde das schon asy, das ist schon scheisse. Aber du bist sehr, du hast mir sehr auf eine gute Art gesagt, dass es nicht okay ist. Und das finde ich eben wichtig, man muss dann sagen, dass es nicht okay ist und warum es nicht okay ist. Weil eben andere andere Leute werden. Damit die Leute informiert sind, du hast dich an meine Premiere angemeldet und du bist eine No-Show gesehen, ohne Abmeldung. Sorry. Alles okay, alles okay. Ich wollte nur einen Spruch machen. Es ist okay, dass ich mich schlecht fühle. Nein, wenn du jetzt noch länger darüber redest, musst du mir erklären, was passiert ist. Es war einfach geil, weil es gibt dann so einen Kontrast von der Büssi, der irgendwie von San Francisco krank zurückfliegt und dann effektiv bei Landung noch in der Theaterkasse anruft und sagt, ich kann nicht kommen, ich bin krank. Ja wow Mann, jetzt fühle ich mich scheiss Büssi, Alter. Du hast den Jose zu kratzen. Wolltest du Jose? Keine Ahnung. Stefan Büssi muss es gerade übertreiben, ich bin von San Francisco krank zurückgeflogen. Schaut mich an, ich bin der Stefan Büssi. Gebt mir nochmal eine Sonntagsendung. Mann, wieso macht er das? Ja, es kommt nicht mehr vor. Es kommt wirklich nicht mehr vor. Das ist Joel und Stereolux, das kommt nicht mehr vor, versprochen. Den wir mal im Podcast einladen. Serio? Ja. Er wäre schon cool, Mann. Ich glaube, er ist schon ein recht chilliger Dude, aber ich glaube, er ist schon coole Sachen zu erzählen. Ich habe ihn noch nie kennengelernt. Also die ganzen Sachen, weißt du, mit Tretman und so, ich glaube, wäre schon geil. Aber fix interessantes Gespräch. Ich finde, er ist einfach eine gute Musiker und er ist live auch mega gut. Ich finde, es ist immer so ein Zeichen, wenn ein Musiker live wirklich nochmal so ein Level drüber ist. So, boah. Ja, grosser Fan. Das finde ich eben auch bei live. Ich finde, nichts schlimmer, wenn du live etwas schaust. Es ist einfach das Album eins zu eins live performt. Ja, das ist einfach. Ich brauche bei live etwas, was sich davon abhält. Ich finde, nichts geiler, so frustrierend es auch ist, live etwas zu hören, was nicht auf dem Album ist. Und wenn ich dann den Song, den Studiosong wieder losse, ich mir immer wünsche, dass der Teil jetzt auch wird kommen. Und auch die Erinnerung dann so fest ist noch, das finde ich das geilste. Es ist frustrierend, aber es ist alles geilste. Ja, ich verstehe absolut, was meinst du. Aber es ist schon, ich glaube, es ist auch sehr schwer, ein krasser live Künstler zu sein. Es ist eine Disziplin. Aber die, die es können, es ist einfach ein komplett anderes Erlebnis. Und es macht die Songs am Schluss auf dem Album dann wieder geiler, wenn sie live, eben so, wie du gesagt hast, dann ist es irgendwie, es gibt ein ganzes, ein neues, wie ein neues Gewand. und ich liebe es. Ich glaube, das ist ein von den wenigen Vorteilen, die die ganze Streaming-Geschichte mit sich gebracht hat. Weil mit Streams nicht mehr wirklich Stutzkaffetien zu werden, die Leute mehr aufs Live-Business einfach anzusetzen und auch das auch wirklich haben sie live abliefern. Ja, ich weiss nicht, ich bin mal Britney Spears im Hallenstadion geschaut und ich kann bis heute behaupten, also ich habe das irgendwie noch cool gefunden, so irgendein Kollege hatte Tickets viel und ich so, dann halt, wieso nicht, kann man sich mal geben, oder? Aber ich glaube, es würde mein Leben nicht verändern, wenn ich es nicht gesehen habe, weißt du? Ja, und andere Züge sehe ich live, wo du so findest, okay, wow, das hat sich, das hat sich wirklich gelohnt. Ja, und du merkst, du merkst, es hat schon einen Shift gegeben, ich kenne schon Post Malone. Ja, klar. Ich habe Konzerttickets geschenkt bekommen für ihn, wo er noch voll so, mehr Hip-Hop gemacht hat, weniger Country und er hat so ein Lied, das Congratulations heisst. Congratulations. Das ist voll so der Party-Hit. Der hat das im Hallenstadion, ähm, ich bin recht weit hinten gewesen, mehr so geniessen Konzerte, so von weitem schauen und so, nicht jetzt so umhergum. Der hat das im Hallenstadion, ist er hinsessen, hat die Gitarre genommen, hat sich die Zigarette angezündet und hat das so akustikmäßig. Ja. Wow, Alter, wow, ist das schön gewesen. Ja. Wirklich, das ist tausendmal besser als der Song, so wie er ist. Und er ist so schön gesungen und so emotional wirklich gesessen, fuck, wie gut bist du, dass du einfach mit der Gitarre und deiner Stimme da hockst und du hast einfach gerade einen Song, der so viele Elemente hat und aus dem Grund ein Hit wurde, ist einfach nochmal krasser gemacht. Darum würde ich mega gerne, obwohl ich wirklich fast nichts privat los, einmal ein Edgier-Konzert gesehen. Mega, ja, er ist gut in dem, also er hat, ja, er kommt ja auch nächstes Jahr, glaube ich, auf Züge. Kommt er wieder? Ja, mit der Tour, wo irgendwie alle, äh, wie hat das gemacht? Taylor Swift hat das doch auch gemacht, so wie Eras Tour, vor allem in der Alben, ich glaube er macht das auch während immer das Plus, Minus, ja, ja, und Moll und keine Ahnung was, der Christoph weiss das sicher, also, 2.3. August, glaube ich, ja. Okay, okay. Hallerstadion sehr wahrscheinlich, oder? Nein, wahrscheinlich Letzten. Äh, Hallerstadion Grund, ja. Ja. Wie gehen wir? War geil. Können wir so gehen. Achso? Ich glaube, meine Schwester geht sogar. Achso, gehen wir jetzt in den Schirm gelöst. Echt man, das ist schon geil. Ja. Ein cool Ausflug. 2.3. August. Machst du doch gut? Wenn wir den 1. August Kater überstanden. Hast du noch einen Kater am 1. August? Nein, ist schon passiert, dass ich am 1. August den Kater habe. Zu Basel wird der 31. Achso? Ja, weil halt zu Basel denkt man sich, man hat ja am 1. Freien. Aha, man fährt dann rein. Man macht einen Führweg irgendwie um halb 12. Das macht ja viel mehr Sinn, ja. Das ist ja viel geschehen. Und früher noch, als mein Vater und meine Stiefmutter noch in Zermatt gelebt haben, habe ich zum Teil so beides können haben. Wir können haben statt Party am Rhein Feuerweg volle Granaten, weil sie dann auch wirklich noch so Party-Zelten aufstellen, wo dann einfach wirklich Halligalli-Musik läuft. Und dann bin ich am 1. August auf Zermatt gefahren im Zug und dann kommst du da und dann hast du die Fahnen-Schwinger, da hast du einen kleinen Umzug. Das ist wirklich geil. Da hast du so volle... die volle Breite gekriegt, ja. Aber das macht wirklich viel mehr Sinn im 1. August hineinfeiern. Ja. Schon viel mehr davon. Machst du ein bisschen Wester auch. Eben. Stimmt. Du machst nicht am 1. Januar am 11. zu oben das Feuerwerk? Ja. Oder saufst. Gut, vielleicht noch. Ja, fern. Insgesamt sind wir einmal, Kollege und ich, sind wir am 1. Januar ins Böstli. Das ist so ein von den Clubs, wo es dort gibt. Oder? Es ist das traurigste aller Zeiten. Normalerweise ist es immer Bums voll und du hast so Fässer und Leute sind auf diesen Fässern gestanden. Es ist wirklich so eine alte Höhle. Es ist wahrscheinlich feuerpolizeitechnisch, alles Katastrophe. Und es ist wirklich... Ja. Es gibt einen dummen Song von den Atzen Disco-Pogern, wo sie mit der Schweiss von der Decke tropft. Ja, und das ist... Und dort ist es so. Es ist einfach so feucht. Du hast es einfach wie so eine Tropfsteinhöhle, die einfach konstant tropft. Es sind viel, zu viele Leute drin. Und Tag drauf gehst du da rein und es sind wirklich 28, aber nur Bananen. Wow. Und ich zähle uns dazu, die es einfach nicht wann wahrhaben, dass der 1. Januar einfach nicht gehört. Dein letzter Garden, Mann. Ja, wirklich. Aber Respekt, Mann, ganz ehrlich. Es war so ein Trauerspiel. Es ist wie die... Wie so, wenn du so an einem Partyort in der Ferie bist und dann gibt es die Leute, die so abgehen und nach so ein paar Tage Pause und dann gibt es einfach die Leute, die jeden Tag durchziehen. Und so am Strand, auch noch hinterher. Die Leute haben einfach so, hey, Respekt, Mann. Es wäre ungern du, aber braun. Aber es ist ja bei Festivals. Es ist denke ich, bei Festivals. Die, die kaum können aufstehen und danach hat es schüttet, dass sie sich einfach wirklich schon 5 Bier wieder rein. Ja, um 10 Uhr am Morgen. So unnötig. Boah, jetzt Bier getrunken. Brauchst du zu sagen, es ist mega unnötig, Mann. Wenn du noch nicht mal duschst, Alter, chill. Ich dusche auch nicht. Aber das ist dann eher so Ding. Ich gehe jetzt einfach drei Tage loko und vergifte mich komplett mit Alkohol und es ist mein Ding. Und dann gehe ich wieder arbeiten, voll easy. Ich könnte es nicht, aber ich Respekt vor denen, die sie können. Definitiv. Also, dann haben wir noch etwas mit. Wir gehen auf den Schirm schauen. Yes. Wie muss man bald Tickets kaufen im Jahr? Sehr wahrscheinlich. Also der 2. August ist schon ausverkauft, für den 3. gibt es noch. Super. Oh, krass. Also, das ist aber halt wow, wie Taylor Swift, das ist ja schnell ausverkauft gewesen alles. Gut, da sind auch noch die Amis gekommen. Fair, ja. Da sind alle herangekommen. Wohl gemein. Dann haben einfach die Leute in der Schweiz Tickets weg. Ich finde das voll nicht okay. Sonst wäre es vielleicht jetzt zweimal vorher gewesen. Fair, ja. Ich finde, man müsste so wie man müsste zuerst alle Schweizer fragen, alle Leute, die in der Schweiz leben, fragen, haben sie ein Ticket wollen kaufen oder nicht und dann kann man es öffnen für den Rest der Welt. Das ist doch unfair, Mann. Da kannst du schauen, weil irgendwelche Leute aus Amerika... Schau doch in Amerika, Mann. Ja, das ist 10 Mal teurer gesehen, da. Ja, Pech. Ein Zügel in die Schweiz. Was absurd ist, dass in der Schweiz Tickets günstiger sind. Ja, eben langsam, nicht, Mann. Amerika ist schon crazy, Mann. Ja, ja. Aber artig. Die sind bei allem extrem. Taylor Swift. Du warst nicht gesehen, oder? Taylor Swift Konzert. Nein, ich bin nicht gesehen. Ich wäre gerne gegangen. Ich auch, Mann. Aber bin nicht gesehen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich bin gesehen, weil ich habe selten so viele Reels gesehen. Aha, ja. Und Medien und alles. Du hast ja nicht das Internet öffnen können, ohne Taylor Swift Bilder und News bekommen. Ja, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin dort gesehen. Darum auch okay. vor allem ihr Tänzer, der dann irgendwie sagt, Blas mal doch in die Schuhe. Ah, und noch etwas. Du bist ein... Nein, nicht Blas... Schafsäckel. Schafsäckel oder so. Ja, stimmt. Ah, Schafsäckel und Blas mal doch in die Schuhe. Sehr lustig eigentlich. Es funktioniert einfach überall. Natürlich. Es ist schon schlau, Mann. Bravo, Taylor. Yes. So, zum Schluss. Du hast bald Premiere. Yes. Kommt nicht. Alle kennen den Jozo und der Jozo kennt nichts. Ja. Was ist das 29.? 29.09. im Kaufleute in Zürich. September, Kaufleute. Ich wünsche dir... Ich kann wirklich leider nicht gehören. Alles gut. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Danke vielmals. Und was immer das Wichtigste ist, vor allem bei der ersten Premiere, geniess es. Mach ihn. Ich versuche es. Ich will jetzt überhaupt nicht so grossfatterlige Rotschläge geben oder so, aber einfach... Das hast du nur einmal. Fair. Die erste Premiere ist wirklich... Du wirst immer wieder Premiere haben, aber die erste... Enjoy the shit out of the way. Hey, ich... Ich danke vielmals. Ich versuche es. Ich habe heute Abend das Tryout. Ich bin ein bisschen nervös. Ähm... Aber das ist okay. Und... Dann ist es ja noch mal einen Monat bis zur Premiere. Aber das Ding ist schon, ich bin... Ich bin auf Premiere ausgesehen weniger nervös, sondern mehr so aufgeregt, weil ich es gerne erleben will. Aber ich glaube, es wird schon... Nervosität wird schon crazy sein. Dann an dem... Tag. Ich bin immer vor... Kurz vorher mega nervös. Ja, und dann gehst du auf die Bühne und dann machst du... Voll. Und... Ähm... Ich mache mir auch keine Sorgen, weil du hast es das letzte Mal schon gesagt. Ähm... Schon bei 20, 30 Minuten Sets... Du hast... 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 Du hast geile kurze Sachen. Also du hast... Die für mich persönlich... perfekte Zutaten... für ein geiles Solo. Also ich... Eigentlich kann ich... äh... das Boulet, ich habe den Reis, ich habe die Rahmbrot-Sauce... und das Curry. Jetzt muss ich es nur noch mischen. Und Curry... auch von hier oben drüber und dann kommt es perfekt. Nur noch mischen und noch... Energydrinks und Ziges holen. Ja. Das ist mein Lieblingsgeschick. Du musst echt ein Bit aus dem machen. Ich habe das Gefühl, es könnte etwas geben, ja. Ich freue mich. Und falls ihr nicht auf Zürich kommen könnt, ich komme noch an andere Orte. Richtig, nachher das Tour. Ja. Ja. Ganz viel Erfolg. Das ist mir lieber an die anderen Orte. In Zürich ist es wohl gefühlt. Bei den anderen machen wir ein bisschen Sorgen. Es kommt gut. Ja, ja. All the best. Danke vielmal. Ich freue mich auf dein Programm. Ich sehe es dann schon noch irgendwann. Weil ich bin grosser fern von einer Comedy. Du bist an jedem Ort eingeladen. Das freut mich. Ich sage bei allen zu. Kannst du es mir dann trotzdem machen? Einfach aus Prinzip. Ich schau es bei einem zusagen und dann nicht hoch. Nein, ich weiss, es kommt gut bei dir. Danke vielmal. Alles Liebe. Danke, Christoph. Danke, Christoph. Bis nächste Woche. Peace. Bis nächste Woche. Bye, bye. Bye, bye. Danke, Christoph. Vielen Dank.